Das war wirklich Grillen, danke. Gut, dann hat sich der GO-Antrag, denke ich, auch erledigt. Okay, schön. Dankeschön. So, der Richard Klaus, bitte. Guten Tag, mein Name ist Richard Klaus, ich bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei. Mikro. Darf ich nochmal beginnen? Aber ich brauche keine Zeit. Mein Name ist Richard Klaus, ich bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei und Gründungsmitglied des Kreisverbandes Stade. Besonders hat mich mit Freude erfüllt, dass wir in den letzten zehn Monaten den Kreisverband Stade aus einem Dornröschen-Schlaf haben wecken können und zu einem aktiven Kreisverband ausgebaut haben. So hatten wir zum Beispiel das größte Landesvorstandstreffen in der Geschichte des Landes Niedersachsen bei uns in Stade in Kombination mit einem Kandidatentreffen, bei dem fast 60 anwesende Piraten da waren. Wir haben Stade geflutet, wir haben Stade gerockt, es war ein wundervolles Wochenende und wenn wir uns noch an gestern erinnern, wurde Stade gestern sogar dreimal erwähnt. Ich möchte jetzt nicht allzu viel sagen und einfach auf die Fragen eingehen, die gestellt worden sind. Also ich persönlich habe nicht die Absicht, dieses Jahr für ein Bundestagsmandat anzutreten. Zum Liquid Feedback wurde schon gesagt, dass die fehlende Verbindlichkeit ein Problem ist. Allerdings ist das Liquid Feedback ein hervorragendes Tool, eine Meinung abzufragen und Meinungen auch zu verbessern und deswegen sollte es auch auf Landesebene stärker verwendet werden. Ein Problem ist natürlich die Mailing-Liste. Die habe ich bis jetzt noch nicht abonniert und ich werde mir das auch ersparen. Ein Lösungsvorschlag ist relativ einfach. Man richtet einfach eine Beschwerdestelle an in Form einer E-Mail-Adresse. Man könnte sie zum Beispiel Beschwerdestelle nennen oder Abuse, wie es bei einigen Anbietern der Fall ist. Dort können sich dann die Piraten, die sich in ihrer Ehre angegriffen fühlen, einfach die E-Mail weiterleiten, sodass diese dann ausgewertet werden können. Von einer aktiven Moderation halte ich nicht so viel, weil da immer noch der Bereich der Zensur mit eingebracht werden könnte. Diesen Vorwurf sollten wir uns ersparen. Jeder sollte dann aktiv eine E-Mail, die ihn beleidigt oder die ihn angreift, einfach an eine Stelle schicken. Diese wird dann bearbeitet. Dafür hat es dann einen Vorstand, jemanden zu geben, der das dann verantwortlich macht. Nachwuchswerbung, ja, da gibt es zwei Bereiche, in die wir das unterteilen könnten. Erstens, wie bekommen wir neue Mitglieder? Neue Mitglieder bekommen wir nur dann, wenn wir aktiv sind und wenn wir attraktiv sind für die Bevölkerung. Das schaffen wir nur dann, wenn wir die Wähler dort abholen, wo sie ihre Probleme haben. Es ist natürlich schön, dass wir jetzt eine Aktion planen am 23. Februar. Nur die Frage ist, erreichen wir damit tatsächlich unsere Wähler, unsere Bürger? Es ist ein sehr abstraktes Thema, wenn wir über Persönlichkeitsrechte und den Verlust von Datenschutzrechtlichen, über den Verlust von Persönlichkeitsrechten sprechen. Vielleicht sollten wir einfacher vorgehen, indem wir uns für freie Parkplätze einsetzen. Es ist, das haben wir in Stade jetzt gemacht und wir haben schon positive Resonanz bekommen. Dadurch bekommen wir Kontakt mit Menschen, die sich für Politik interessieren und die auch sehen, dass wir für Menschen direkt vor Ort etwas bewirken möchten. Dann der andere Teil der Nachwuchsbearbeitung war noch Schulungen. Wir haben es bei uns so gehandhabt, dass wir die Tools auf Stammtischen oder außerhalb von Stammtischen einfach den neuen Piraten vorgestellt haben. Dann bedanke ich mich für die eingeräumte Zeit. Ich hatte genug Zeit, mich vorzustellen und bin jetzt für Fragen offen. Eigentlich mehr so eine Formalfrage. Du hast gesagt, ihr habt den Kreisverband Stade ganz toll wiederbelebt. Wirst du da fehlen oder stehst du für den Landesverband zur Verfügung? Müsste ich eigentlich den Kreisverband fragen, aber ich frage das jetzt mal nicht. Danke. Also sicherlich werde ich fehlen, wenn ich mehr Arbeit im Landesvorstand machen würde, aber es ist schon Nachwuchs da. Danke, dass du die vielen Fragen beantwortet hast. Jetzt kommt meine Frage zum eigentlichen Kern, den normalerweise die Kandidaten vorbringen, nämlich was wäre dein konkreter Aufgabenbereich im Landesvorstand? Und warum bist du der Meinung, du könntest diesen Bereich nicht außerhalb des Vorstandes auch ausfüllen? Die Frage ist sehr gut und sehr komplex. Man kann sie kaum in einer Minute beantworten. Es ist ein, also ich bin nicht in die Partei eingetreten, um nur zu verwalten. Ich möchte auch gestalten. Ich möchte inhaltliche Arbeit leisten, aber auch verbindende Arbeit. Und was momentan ein wenig fehlt, ist die Verbindung des Landesvorstandes in die nördlichen Bereiche. Strichstraede, Cuxhaven, Buchholz, Bremerförde, Rothenburg. Das heißt, ich möchte dort ganz konkret die Zusammenarbeit, Landesvorstand mit den nördlichen Piraten voranbringen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das dann auch in die anderen Bereiche hinein positiv wirken würde. Meine beiden Fragen gehen in Richtung der aktiven Niedersachsen, die Mailingliste. Du hast gesagt, du hast sie nicht abonnieren und wirst sie auch in der Form nicht abonnieren. Ist dir bewusst, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, technisch alleine, um ein anderes Konzept umzusetzen? Würdest du für diese Zeit auch die aktive Niedersachsen nicht lesen, wenn du im Vorstand sein solltest? Und wer soll diese Beschwerdestelle, die du einrichten möchtest, betreuen? Ist das deine Aufgabe im Vorstand? Soll das irgendwer machen? Hast du mit irgendwelchen Leuten schon gesprochen? Ist das so realisierbar, dass jemand da Zeit und Kompetenz für hat? Ich habe mit niemandem darüber sprechen können, weil diese Frage ja erst heute gestellt worden ist und sich mir auch erst heute gestellt hat. Und ich bin halt jemand, der auch spontan eine Idee entwickeln kann und auch Lösungsansätze findet. Es ist mir nicht möglich, jetzt zu sagen, wer das konkret machen sollte. Es wird wahrscheinlich auch so viel Verkehr auf dieser Mailingliste sein, dass es mit einer Person alleine nicht zu schaffen ist, was dort an Beschwerden aufläuft. Nur sinnführend ist das Ganze nur dann, wenn wir tatsächlich diejenigen, die diese Mailingliste zu einer Mailingliste des Grauens haben werden lassen, auch irgendwann einmal von dieser Mailingliste runterbekommen. Ich halte Mailinglisten prinzipiell für hervorragend geeignet zu kommunizieren. Aber sie werden halt momentan, so wie es ausschaut und so wie es mir berichtet wurde, missbraucht. Die erste Frage, kannst du da noch Stellung nehmen? Moment. Einmal drehen und nochmal fragen, bitte. Wirst du die aktive Niedersachsen auch definitiv jetzt erstmal nicht lesen, wenn sie in der alten Form besteht? Also wenn es für die Landesvorstandsarbeit notwendig ist, werde ich diese Liste auch abonnieren, ich werde sie lesen und mir entsprechende Filter setzen. Danke. Okay, Dankeschön. Keine Frage mehr. Sieht so aus. Gut, dann der Mike, bitte. Moin, moin. Mein Name ist Mike Saunus, ich bin 38 Jahre alt, KV Zelle. Da bin ich Beisitzer. Im letzten Jahr habe ich einige Beauftragungen durchgeführt, einige gut, andere nicht so gut. Ich habe mich nach Kräften bemüht, mitzuarbeiten und das würde ich jetzt gerne im Vorstand tun. Da wir keine Zeit haben, mache ich es kurz und bitte von euch gegrillt zu werden. Vielen Dank dafür. Ja, Mike, kannst du dir wahrscheinlich denken, Thema Nachwuchsförderung bei der Piratenpartei. Nicht Neumitgliederanwerbung, wie es gerade mal missverstanden wurde, sondern tatsächlich, wie kann man die Talente, die die Leute mitbringen, produktiv für die Partei einsetzen. Dazu habe ich keine Idee. Zumindest aktuell nicht. Ich kann sagen, dass wir im KV neue Leute relativ eigenständig fördern, sie erstmal an die Piraten ranbringen, dann gucken, was möchten sie gerne tun und sie dementsprechend auch, um dein Wort zu benutzen, einsetzen, wenn sie das denn möchten. Aber grundsätzlich habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Moin. In Wolfenbüttel gab es seinerzeit mal ein Erlebnis, wo du einen Streit geschlichtet hast. Ist das Standard oder ist das notgedrungen gewesen? Wie würdest du das in Zukunft machen? Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Standard ist das nicht, weil wir sind ja schon öfter zusammen gewesen und da hast du mich einmal so erlebt. Da habe ich auch keinen Streit geschlichtet, sondern ich bin einer der Streitenden gewesen und bin geschlichtet worden. Ich sehe also nicht, dass es passiert. Ich kann das nicht ausschließen für die Zukunft, aber ich gelobe Besserung. Vielen Dank. Mike, wir sind ja von dir schnelle und pragmatische Antworten und manchmal auch Lösungen gewohnt. Was ist so deine Idee für die aktiven NDS-Mailinglisten? Das ist eine gute Frage. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was ein einzelnes Vorstandsmitglied denn an der aktiven Mailingliste ausrichten kann. Die aktive Mailingliste sind wir, wir alle. Und wir alle haben daran zu arbeiten, dass es besser wird. Nicht ein einziger hat daran zu arbeiten und auch nicht der Vorstand alleine, durch womöglich Verbote oder sonst was. Abgesehen davon bin ich ja ITler und würde immer die technische Lösung bevorzugen. Man kann so ein Forum auch mitgliedsbezogen machen. Also wenn wir Mitglieder haben, die sich dementsprechend benehmen, dann müssen wir uns mal fragen, ob das das Richtige ist, wie wir alle miteinander umgehen wollen. Insgesamt. Und da habe ich also erstmal recht wenig mit zu tun, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist meine Meinung dazu. Okay, Dankeschön. Vielen Dank erstmal, Mike, dass du dafür sorgst, dass ich keine Spielen am Hintern bekomme. Denn die Frage nach der Bundestagsliste, die ist natürlich auch an dich gestellt. Das war der erste Teil der Frage. Da kannst du kurz vielleicht darauf antworten. Kein Mandat. Und dann nochmal, um auf die Mailing-Liste zurückzukommen und Arbeit als Vorstand. Ich habe irgendwann auf der Mailing-Liste erlebt, dass du dich von einem Herrn CS doch ziemlich hast mitreißen lassen, in einen ähnlichen Jargon zu verfallen auf der Mailing-Liste. Als Vorstandsmitglied finde ich sowas äußerst unglücklich. Glaubst du, dass du das in Zukunft besser hinkriegst? Und bezüglich auf die Mailing-Liste auch, vielleicht als Anregung, Jan macht das schon recht gut, der moderiert Mailing-Listen anderer Landesverbände, was recht gut funktioniert. Und da kann man vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Ja, Entschuldigung. Zwei Fragen, die da noch drin sind. Mandat hatte ich jetzt. Wiederhole dich bitte nochmal. Veränderung deiner Vorgehensweise bei Antworten. Ja, nein, also so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Werde ich angegangen, werde ich mit gleicher Sparte zurückschlagen. Das wird so bleiben, das wird immer so bleiben. Ich werde natürlich versuchen, in einem normalen Diskurs höflich zu bleiben. Und das bin ich auch eigentlich. Und wer mich kennt als Diskutant, der weiß, dass ich, wenn ich normal angesprochen werde, auch höflich bleibe. Nur ich weiß nicht, ob man höflich bleiben muss, wenn der Gegenüber auch nicht höflich ist. Ja, das ist eure Meinung, das ist in Ordnung, aber nicht meine. So, ich habe gehört, dass du gerne was in der Mitgliederverwaltung machen möchtest. Also, wenn du Beisitzer wirst, dass das ein Thema wäre, was dich interessiert. Wie stellst du dir das vor? Was kannst du da einbringen? Hast du da schon Ideen? Ja, ich könnte mir vorstellen, in der Mitgliederverwaltung was zu machen. Das liegt daran, dass die Einführung von Sarge, CRM, wie er laufen soll. Letztendlich habe ich beruflich mit ERP-Systemen zu tun. Sarge ist ein ERP-System, das ich auch schon von früher kenne. Und insgesamt habe ich, einfach weil mich das interessiert, schon auf Bundesebene und auch in anderen Ländern mal rumgeguckt, wie die Funktionalität ist und was man damit machen kann. Letztendlich brauchen wir ein System aus einem Guss. Würdest du das auch machen, dich dafür einsetzen, wenn du nicht Beisitzer werden würdest? Ja, würde ich. Das Licht ist ja schrecklich. Ist dir bewusst, dass die Aufgabe, über das Sage oder Sage-CM zu entscheiden und damit Veränderungen durchzuführen, nicht auf der Landesebene, sondern auf der Bundesebene liegt und du bei der Arbeit in der Mitgliederverwaltung gar keine Zeit mehr dafür hättest? Ja, das ist mir vollkommen bewusst. Sven Schomaker hat mich schon letztes Jahr gebeten, auf der Bundesebene beim ERP-System mitzuarbeiten, das ich abgelehnt habe, weil ich gerne im Land bleiben möchte. Also, dass die Veränderungen auf der Bundesebene durchgeführt werden und die Länder letztendlich, wenn du es drückst, doch richtig aus, Beta-Tester sind. Aber so ist das nun mal, auch in der Einführung eines neuen Systems manchmal. Mike, wir hatten mal mit Ausfall von dir zu kämpfen, darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden, das ist halt passiert und das war auch in Ordnung, das war notwendig. Aber daraus haben wir in der RGE-Event zum Beispiel gelernt, dass wir definitiv mit mehr Redundanz arbeiten müssen. Also wir müssen mehrere Leute haben, die die gleichen Aufgaben im Notfall übernehmen können. Wie siehst du das im Vorstand? Würdest du dich dafür einbringen, dass eine vernünftige Redundanzlösung kommt, also dass wirklich ein lückenloser Übergang geschaffen werden kann bei Aufgaben, wenn ein beliebiges Vorstandsmitglied vorläufig oder längerfristig ausfällt? Das ist wünschenswert. Soweit ich mich erinnere, haben wir aber im Landesverband sowieso das Problem, dass wir zu wenig Aktive haben und dass jeder Aktive unheimlich viel macht. Schon möchten wir irgendwann mal dahin, dass die Struktur anders ist, aber ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, wie man ohne die dementsprechende Manpower-Renundanzen bei Menschen einführen kann. Die Frage war jetzt speziell auf die Arbeit im Vorstand bezogen. Das würde natürlich mehr Arbeit für jedes einzelne Vorstandsmitglied bedeuten. Wärst du bereit, diese zusätzliche Zeit auch noch aufzubringen, damit es eben im Fall der Fälle abgesichert ist? Ich verstehe die Frage nicht. Ich ziehe sie zurück. Hi, Mike. Hi. Ich wollte mal fragen, wie gehst du mit Störern innerhalb der Partei hier um? Ich habe eigentlich wenig Kontakt zu Störern innerhalb der Partei. Allerdings rede ich mit jedem. Also ich weiß immer nicht, was Störer innerhalb der Partei darstellen soll. Auch dieses Trollen. Letztendlich sind es alles Parteimitglieder, solange sie Parteimitglieder sind und wir haben uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das macht unsere Struktur. Okay, danke. Ich greife die Frage von Pascal auf. Also was er meinte war, ein Backup-System innerhalb des Vorstands, sodass quasi für jede Aufgabenposition immer zwei Leute aktiv sind. Würdest du dich dafür einsetzen, ein derartiges System zu installieren und könntest du dann auch diese doppelte Arbeitsbelastung, die man dann logischerweise hat, tragen? Also erstmal, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, dafür würde ich mich einsetzen oder nicht einsetzen. Grundsätzlich ist die Idee gut. Ob ich die Arbeitsbelastung, also erstmal weiß ich gar nicht, was für eine Arbeitsbelastung auf mich wirklich zukommt. Also das wäre unehrlich zu sagen, ich wüsste das jetzt schon. Dementsprechend kann ich nicht sagen, ob ich die doppelte Arbeitsbelastung dann auch schaffen werde. Aber ich tue mein Bestes, so wie immer. Es fällt mir ein bisschen schwer, das als Frage zu formulieren. In der Zusammenarbeit mit dir, du warst ja schon auf Parteitagen mein Stellvertreter als Versammlungsleiter, war es für dich nie ein Problem, meine Anweisungen in Bezug auf die Wiederherstellung der Saalordnung umzusetzen? Dankeschön. Und anlehnend an diese Fähigkeit, die Ordnung innerhalb einer Versammlung wiederherzustellen, frage ich dich auch unter Rückgriff auf die Frage des Vorvorredners. Kannst du dir vorstellen, dir die Aussage anzueignen, ja, mit den Störern innerhalb dieser Partei muss rigider umgegangen werden, damit wir das Problem endlich in den Griff bekommen, zur Ruhe kommen und weiter arbeiten können? Ich habe das schon mal gesagt in einem Fernsehinterview. Wir sind eine Partei und wir sind parteiisch. Ich finde nicht, dass man allen Leuten mit Wattebäuchen begegnen muss und dass man schon rigider durchgreifen muss. Ja, das ist meine Meinung. Ich habe das für mich persönlich auch immer so gehandhabt. Also wer das kennt, auch von anderen Parteitagen, weiß, dass, den ich als nicht so angenehm für mich oder die Partei empfinde, ich ihm das auch persönlich ins Gesicht sage und zwar auch immer und immer wieder, sodass es verstanden wird. Nur muss man auch sehen, was sind letztendlich unsere Werte und im Moment fühle ich mich noch ein bisschen im Landesverband. Und die Basis, wir sind so zerstritten im gesamten Landesverband seit ca. einem Jahr und da muss erst mal wieder eine Einigung herkommen. Man kann nicht sagen, man muss mit Störern rigoroser umgehen. Wenn wir es jetzt auf zwei bekannte Persönlichkeiten unseres Landesverbandes, dann, ich habe keine Redezeit mehr, Pech gehabt. Genau. Und es gibt sogar zwei GO-Anträge auf Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Bitte beeilt euch, sonst müssen die ersten so lange hochhalten. Gut. Wer ist dagegen? Gut. Rednerliste ist geschlossen in fünf, vier, drei, zwei. Okay. Du bist der Letzte. Dann bitte die nächste Frage. Also als erstes, ich trete auch an, bitte seht das nicht als Angriff gegen Mike. Das ist auch keine richtige Frage. Ich möchte nur das von eben nochmal aufgreifen. Und ich glaube, da ging es darum, dass eine Aufgabe, eine projektbezogene kleine Aufgabe, die du alleine machen kannst von der Zeit her, du bereit wärst, diese Aufgabe trotzdem, wenn sie wichtig ist, mit einer anderen Person zusammenzumachen, um sicherzustellen, dass auch diese kleine, wichtige Aufgabe im Falle deines Ausfalls trotzdem erledigt wird. Das heißt, bist du bereit, doppelte Arbeit zu leisten, die du eigentlich alleine schaffen könntest, um sicherzugehen, dass sie gemacht wird. Danke, Till. Das ist nur ein Aufgriff der Frage eben. Danke, Till. Das habe ich verstanden. Ja, ich wäre bereit dazu. Mike, auf meine Frage von Thomas gestellt hast du geantwortet, dass du im Prinzip gar nicht wüsstest, wie viel Aufwand, wie viel Arbeit jetzt da auf dich zukommt. Bist du dir wirklich sicher, dass du die Zeit, die jetzt so oder so schon anfällt und eventuell ein Redundanzsystem, ob es nun eingeführt wird oder nicht, zeitlich stemmen könntest? Ja. Also aktuell bin ich das. Auch wenn ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, habe ich schon Vorstandsarbeit geleistet und auch andere Beauftragungen durchgeführt. Und ja, ich traue mir schon zu, dass ich da im Moment die Zeit für habe. Innerhalb der Partei habe ich auch eigentlich nur eine Beauftragung aktuell und sonst, sagen wir mal, nichts zu tun. Da sehe ich kein Problem. Gleich hast du es hinter dir. Du hast eben gesagt, dass es eine Zerstrittenheit innerhalb der Partei gäbe. Und ich habe ganz lautes Schulterzucken und Kopfschütteln gehört. Wo siehst du das eigentlich? Es sind Einzelne, die für Unruhe sorgen und andere Einzelne lassen sich davon mitziehen, was letztendlich dazu führt, dass viele die Lust verlieren. Unzufrieden sind. Genau. Und das sehe ich nicht als Zerstrittenheit an, sondern bestenfalls als Unzufriedenheit. Woher nimmst du diese Erkenntnis, dass es eine Zerstrittenheit gibt? Das ist mein persönlicher Eindruck gewesen. Wenn dem nicht so ist, mit empirischen Daten könnte ich ihn nicht belegen. Gut. Danke, Mike. So, jetzt ist die Jürgen dran. Das fängt ja gut an. Entschuldige. Deine Vorstellung, bitte. Ja. Hallo, ich bin der Jürgen. Ich bin seit 2009 bei den Piraten. Ich war schon dreimal in diesem Landesvorstand als Beisitzer tätig. Im Moment bin ich erster Vorsitzender in Wolfsburg. Ich bin letztes Jahr nicht angetreten, weil ich mal einfach ein Jahr nicht antreten wollte und auch dachte, das können andere gut machen. Und ich habe dann mehr Zeit für anderes, die ich auch genutzt habe. Ich habe immer wieder gute Ideen und stelle richtige und kritische Fragen. Das wurde auch damals in dem Vorstand sehr geschätzt und wurde mir auch zugetragen, zum Teil auch sehr vermisst. Ich bin aktiv auf ziemlich vielen Ebenen, springe dann auch hier und da ein, wenn ich sehe, wo was notwendig ist. Das heißt, wenn ich kurzfristig zum Beispiel erfahre, dass in Celle keine Leute sind, um die Wahlplakate auszufahren, dann fahre ich da hin und mache das. Weil die Frage auch kommen worden, schon gestellt worden ist. Ich habe schon vor einem Jahr angekündigt, dass ich gerne für den Bundestag kandidieren möchte. Das möchte ich aufrechterhalten. Ich möchte mich auch im Rahmen der Forschungsarbeit, wenn ihr mich wählt, für den Bundestagswahlkampf einsetzen, gerade auch für die Strategie-Team. Was gerade gegründet wird, mich da einbringen. Und was habe ich noch hier drauf? Ja, ich möchte auch dazu beitragen, was gerade abends schon ein großes Thema war, dass wir wieder besser miteinander umgehen, gerade auf unseren Mailinglisten, auf unseren Kommunikationskanälen. Da mache ich auch jetzt schon einiges. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel schon eine Mail von mir bekommen hat, die mit MOD angefangen hat. Ich war es jetzt aber nicht. Ich bin auch dabei, technische Lösungen zu unterstützen, so zum Beispiel, dass wir eine Möglichkeit haben, auch Piratenparteimitglieder anonym zu identifizieren durch die Piraten-ID. Das habe ich wieder angeschoben, weil das liegen blieb. Wie gesagt, ich bin ja unheimlich viel unterwegs auf verschiedenen Themen und schaue, wo was notwendig ist und tue da was. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, fragt mich. Wenn ihr mir vertraut und mich haben wollt, wählt mich. Ansonsten habe ich auch genug zu tun. Danke. Meine Standardfrage, Nachwuchsförderung innerhalb der Partei, entsprechende Konzepte erstellen, durchaus auch mit Hilfe von Beauftragten etc. pp. Könnte man da irgendwas von dir erwarten? Also was wir festgestellt haben, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir neue Mitglieder besser einführen in unsere Strukturen. Das heißt, dass wir auch auf den Stammtischen dann, wenn wir neue Mitglieder haben, denen zeigen, wie wir kommunizieren, was für Möglichkeiten es gibt. Also die Mailing-Liste vorführen, auch Kurse machen, wie verschlüssel ich E-Mails, wie funktioniert das Liquid, welche Methoden gibt es noch zur Teilhabe. Also Pads, Mumble, alles, was wir so haben, das ist, denke ich, ein erster wichtiger Schritt, um Mitglieder, die wir bekommen, auch in die Partei einzuführen. Und wenn sie dann was tun wollen, dann müssen sie sich auch selber engagieren und zeigen, was sie tun wollen, denn man engagiert sich da am besten bei dem, was man möchte. Hallo. Du warst ja auch in Leipzig bei der Strategie-Barcamp und ich würde mal deine Ansichten zum zukünftigen Wahlkampf interessieren, insbesondere das Verhältnis Direktkandidaten, Listenkandidaten und alle Dinge, die da relevant sind. Und du hast ja auch Erfahrungen zurzeit vor dem alten Wahlkampf und wieso sich das gegebenenfalls verändern in dem zukünftigen Wahlkampf aus deiner Sicht. Und wie kannst du dich über den Labo dann aktiv da einbringen? Kann ich dich bitten, die Frage noch mal deutlicher zu wiederholen? Ich habe leider die Hälfte nicht verstanden. Von der Lautstärke jetzt, klar. Mir geht es immer genau darum, du warst ja in Leipzig beim Barcamp. Du hast ja das Anliegen, strategische Dinge zu ändern. Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht aus deinen bisherigen Erfahrungen als Landesvorstandsmitglied und als Direktkandidat, soweit ich informiert bin, und auch als Listenkandidat? Was würdest du zukünftig aus Grund dieser Information voraussichtlich ändern? Ja, also meine ersten Wahlkämpfe, die ich für die Piraten gestritten habe, da war ich noch kein Pirat. Das war 2009 für die Bundestagswahl. War als Bergen auf der Straße, habe mit den Menschen gesprochen. Damals hatten wir das Konfliktthema Taus, das wir dann gut erklären mussten. Also ich habe viel Wahlkampferfahrung. Ich war seitdem Wahlkampf hier dabei. Ich war auch in Podiumsdiskussionen dabei, habe hier Kandidaten vertreten, wo wir selber keine hatten oder die ausgefallen waren aufgrund von Krankheit. Habe also auch Erfahrungen in dem Kontakt. Ich weiß, wie man Plakate macht. Ich habe selber Plakate gemacht. Ich habe auch Flyer vorbereitet. Also ich bin gestalterisch, bin ein bisschen Künstler und habe mich mit Gestaltung sehr stark beschäftigt. Auch schon zu meinem Studium, wie ich Informationen übermittle mit verschiedenen Medien. Und das sind so Punkte, wo ich mich einbringen möchte. Strategisch ist es ganz wichtig, darauf zu konzentrieren, was haben wir für eine Wahlkampfsituation. Ich denke, wir werden im Bund eine ähnliche Situation haben wie hier im Land, dass es hier einen Lagerkampf geben wird. Bitte auf Punkt kommen. Ja, wir müssen dann schauen, wie können wir die Wähler aktivieren, die uns wählen wollen und wie kriegen wir unsere alten Wähler zurück. Danke. Hinter dir steht jemand. Runden laufen ist unfair, wenn noch jemand dahinter steht. Kommt erst der Eberhardt. Jürgen, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich so im Moment den Eindruck, dass du versuchst, als Beisitzer ein Sprungbrett für deine Bundestagswahl besser herzurichten. Ich habe insofern Bedenken, dass wir ja sowieso in den Bundestag reinkommen und du dann ja nur ein halbes Jahr Beisitzer wärst, weil du dann ja sicherlich zurücktreten wärst. Wie meinst du, dass du damit umgehen möchtest? Also ich sehe es nicht als Sprungbrett. Also zum einen ist die Frage, wohin würdet ihr mich überhaupt wählen, wenn ich antrete? Ich sehe es jetzt eigentlich eher wichtig, dass ich mich einbringe mit für den Wahlkampf. Das möchte ich tun. Und weil das Strategie-Team klein werden wird, denke ich, habe ich, wenn ich jetzt im Landesvorstand bin, da auch mehr Einfluss. Und wenn ich gewählt werden sollte in dem Bundestag, dann muss man natürlich schauen, weil wie ist die Situation im Landesvorstand und wie kann man dann das geordnet machen, dass ich da dann nicht mehr dabei bin. Und wenn das eben nicht geordnet ging, dann muss man eben schauen, wie kann ich das regeln. Aber ich sehe das momentan nicht als primäres Problem. Jürgen, ich wollte dir jetzt nochmal die Chance geben, durch eine kleine Zwischenfrage, dass du nochmal auf die Zukunft des Wahlkampfs näher eingehst. Da wurdest du ja unterbrochen. Ja, also momentan ist es so, heute, also parallel zu dieser Veranstaltung, gibt es schon einen Design-Wettbewerb oder ein Design-Treffen, wo über einen Design-Wettbewerb, der schon läuft, entschieden wird oder zumindest diskutiert wird. Das halte ich selber persönlich ein bisschen früh, weil für mich noch nicht klar ist, wie überhaupt die Strategie festgelegt ist. Ich finde, das ist momentan eine schwierige Situation und wir haben unheimlich wenig Zeit, das zu machen. Alleine kann ich es natürlich auch nicht tun. Ich möchte das schon im Zusammenhang auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern machen, mich da auch austauschen, auch mit der Basis. Ich habe mehrere Vorschläge auch schon gemacht, was man machen kann, plakatmäßig und da gutes Feedback bekommen und da müssen wir dann schauen, was können wir da tun. Ganz kurz, ich habe einen EU-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Okay, wer ist dagegen? Du stehst doch schon dort. Danke. Rednerliste ist dann hiermit gleich geschlossen. Möchte noch jemand? Winken? Nein? Okay, dann ist nach dem Mann mit dem Zopf Schluss. Gut, deine nächste Frage bitte. Danke. Jürgen, erzähl mir doch nochmal eben, energiemäßig, da bist du ja wohl, so wie ich das gesehen habe, da nicht so stark aktiv, obwohl du da auf dieser Liste stehst. Aber was mich interessieren würde, wenn du als Beisitzer gewählt werden würdest, wie wäre dann deine Aktivität bezüglich des Wahlkampfes? Erleben wir dann mehr, was zum Beispiel in Hannover gelaufen ist mit den radioaktiven Fässern? Also ich finde es sehr wichtig, dass wir mehr so Aktionen machen wie mit den Fässern. Deswegen mache ich auch gerade unheimlich Werbung für den International Day of Privacy am 23. Es geht nicht nur darum, dass wir Energiethemen auf die Straße bringen, sondern dass wir überhaupt sichtbar werden, dass wir bei der Presse auch wieder schöne Bilder liefern, was wir wollen und was wir tun wollen. Und dass wir die nicht suchen müssen, wofür wir stehen und dann nur unseren Streit finden. Es gab auch keine Nachfrage. Du hast in deiner letzten Zeit, wo du im Vorstand warst, unter anderem für die Anti-Atompiraten sehr viel gearbeitet und unter anderem deswegen auch deine Vorstandstätigkeit etwas vernachlässigt, weshalb du dann auch nicht wieder angetreten bist im letzten Jahr. Wie willst du sicherstellen, dass Arbeiten außerhalb des Vorstands, wie beispielsweise inhaltliche Arbeiten bei den Anti-Atompiraten, auch dieses Mal wieder zu weniger Arbeit im Vorstand führen können? Also mir ist aus dem Vorstand keine Kritik entgegengekommen, dass ich da zu wenig gewesen wäre. Und wie ich vorher schon angekündigt habe, ich tue, was ich für wichtig halte. Und wenn es dann im Zweifel was ist, was außerhalb des Vorstands ist, dann muss das natürlich mit denen abgestimmt sein, aber dann tue ich das. Ist die Rednerliste jetzt trotzdem geschlossen? Die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Ich kann aber was sagen. Wir hatten in dem Antrag zur Rednerzeitbegrenzung den Hinweis, dass man sich hinten wieder anstellen kann. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und mache den Weg frei für den Letzten. Genau. Jetzt plaudert nicht, er muss sich vorstellen. Matthias? Hallo, mein Name ist Matthias Stoll. Einige kennen mich schon, ich bin ja schon länger Pirat. Ich war auch schon drei Jahre im Landesvorstand der Piratenpartei Niedersachsen. Ich wurde vorgeschlagen, wieder im Landesverband der Beisitzer zu sein. Ich respektiere diesen Wunsch der Piraten und deshalb stelle ich mich hier auch hin und ziehe das nicht zurück. Ich weise aber darauf hin, dass ich persönlich auch sehr eingebunden bin, arbeitsmäßig, familienmäßig und auch was ich sonst so mache. Und deshalb werde ich jetzt nicht versprechen, dass ich hier mit aller Kraft und mit voller Zeit immer für den Landesvorband zur Verfügung stehen werde als Beisitzer. Also es kann sein, dass es auch mal Zeiten gibt, in denen ich weniger tue. Das war auch in meiner vergangenen Amtszeit im Landesvorstand so. Wir hatten aber sehr viele Beisitzer und wir haben jetzt auch hier sehr viele gute Kandidaten. Das finde ich gut und wir haben glücklicherweise unsere Anzahl der Beisitzer ja auch nicht begrenzt. Und deshalb wünsche ich mir, dass ihr hier möglichst viele wählt von den guten Kandidaten, die hier zur Verfügung stehen. Und wenn es dann eben private oder andere Gründe gibt, dass Mitglieder des Vorstandes mal nicht ganz so aktiv sind, dann bitte nicht immer gleich bashen, draufhauen oder, wie ich die Erfahrung gemacht habe, dann komische Anträge von hinten rum stellen, anstatt mal einfach zu fragen, ey Matthias, was ist denn los, warum bist du nicht bei der Vorstandssitzung oder warum hört man von dir so wenig? Nein, da wird dann ein Antrag gestellt, der Vorstandsvorsitzende hätte doch bitte schön jetzt mal eingreifen sollen und dann gegebenenfalls die Mitglieder aus dem Vorstand zu entfernen oder so. Also ich erinnere mich an solche Sachen, finde ich unschön. Besser finde ich ein offenes Wort. Jetzt nochmal zu den Neupiraten, also um neue Piraten zu erreichen, also um neue Mitglieder zu erreichen, sollten wir wirklich aktiv werden. Wir sollten auf der Straße stattfinden, wir sollten mehr Aktivitäten machen. Ich versuche das schon immer, auch dass man uns Piraten sehen kann. Wir wissen mit der Orange Pearl und so weiter, im Wahlkampf bin ich aktiv. Egal ob mit Vorstandsposten oder ohne. Ansonsten zur Mailingliste des Grauens kann ich ziemlich wenig sagen. Ich bin zu wenig Techniker. Ich finde es auch recht schade, dass die so unnutzbar jetzt brach liegt. Wir sollten da was tun, aber da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ansonsten finde ich, dass der Vorstandsvorsitz oder eben die Beisitzer, dass das eine Vertrauensgeschichte ist und kein Job, den die Leute hier ausführen sollen. Also wenn ihr die Leute wählt, wählt sie bitte nicht unbedingt danach, was kann der und was hat der für Fähigkeiten, sondern vertrauen wir ihm die Arbeit im Vorstand zu und stehen wir hinter dem Mann oder der Frau, wie auch immer. Dann wählt bitte die Leute und dann bin ich glaube ich erst mal fertig mit der Vorstellung. Du bist alleine, du kannst. Da muss ich diesmal auch frennen um mich selbst herum. Denn du hast meine Standardfrage nicht wirklich beantwortet. Wir haben jetzt die neuen Mitglieder durch deine Initiativen und andere gewonnen. Was machen wir dann mit ihnen? Lassen wir sie jetzt mehr oder weniger verkümmern oder nutzen wir ihre Talente in irgendeiner Form? Wir sollten sie natürlich nutzen, die Talente. Und in welcher Form können wir sie dann entsprechend fördern, ihre Talente auch tatsächlich einzubringen? Ich habe da natürlich kein Standardrezept für. Wir müssen das an der Basis machen, denke ich. Wir müssen am Stammtisch die Leute eben ordentlich empfangen und wir haben ja auch schon Sachen mit diesen Begrüßungsmädels und so weiter. Da wurde in der letzten Zeit ja schon einiges verbessert, damit die Neumitglieder nicht so im Trockenen stehen bleiben, damit sie ein bisschen integriert werden können. Aber wie gesagt, welche Schwerpunkte die neuen Leute haben und wo wir sie abholen können, das ist ja immer sehr individuell. Und das kann eigentlich nur an der Basis am Stammtisch irgendwo geschehen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass die unteren Organisationen eben versuchen, mehr auch an den Mitgliedern dran zu bleiben, weil die haben ja dann die Adressen und so weiter und können da direkt Einfluss nehmen. Das ist vom Landesvorband direkt wahrscheinlich nicht zu gewährleisten. Matthias, stell dir vor, ich werde zur Bundestagsliste allenfalls zur Verfügung stehen, wenn wir nicht genügend Direktkandidaten haben in unserem Wahlkreis. Und ich wünsche mir, dass dort mindestens zwei Kandidaten antreten, weil ich das sonst eben nicht als Wahl empfinde. Also ich denke mal, man sollte eben in jedem Wahlkreis auch für den Direktkandidaten mindestens zwei, wenn nicht besser, mehr Kandidaten zur Verfügung haben, damit es eine wirkliche Wahl wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich mich dann noch zur Verfügung stelle. Aber wir wissen ja, als Direktkandidat hat man eh nicht so große Chancen. Ich sehe hier in der Partei sehr viele, sehr gute, aussichtsreiche Kandidaten für die Liste der Bundestags. Da sehe ich mich nicht so weit vorne. Und deshalb macht das nicht so viel Sinn, mich da aufzustellen. Und deswegen werde ich da nicht antreten. Danke. Bitte. Verrate uns noch gerne, wo dein Hauptschwerpunkt in der Vorstandsarbeit sein wird. Ja, mein Hauptschwerpunkt, Arne Ludwig hat mal zu mir gesagt, ich bin der Mann der Praxis und so. Und ich habe in der Vergangenheit auch oftmals in den Vorstandssitzungen manche Sachen wieder ein bisschen erden können. Also aus meiner Lebenserfahrung heraus, ich bin 47 Jahre alt, ich habe schon sehr viele Berufe durch, ich bin kein ITler, habe daher auch ein bisschen eine andere Sicht der Dinge auf verschiedene Sachen. Und das kann dem Vorstand manchmal ganz gut tun. Und da werde ich mich einbringen. Und ich würde mich auch freuen, eben für mehr Aktionismus auf der Straße. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell politisch die Sache mit der Energiewende. Da werden wir belogen und betrogen von den aktuellen Politikern. Und ich finde das sehr schade, dass wir nicht aufklären, dass wir den jetzt Bürgern nicht sagen, hier, ihr werdet verarscht von unserem Bundesumweltminister, ihr werdet verarscht von dem Rösler und von der Merkel. Wir müssen da aktiver werden, finde ich, um damit man mehr zu sehen ist und damit von der Piratenpartei auch was zu hören ist. Nur noch eine kleine Nachfrage dazu. Ich habe jetzt mit dir tatsächlich mal jemanden, der sagt, ich möchte nicht irgendwie wirklich back to the roots. Nein. Danke. 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 So, ihr habt jetzt alle Kandidaten gesehen und damit kann ich jetzt an den Wahlleiter abgeben. Der Wahlleiter hat keine Lust. Mach bitte deinen Job. Danke. So, Moment. Ja genau, ihr sollt meine Wahlhelfer bitte rüber in das Wahllokal. Ihr kennt das Spielchen, drei Wahlhelfer kommen dann mit den Urnen zurück. Bis die drei Wahlhelfer mit den Urnen zurück sind, erkläre ich noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar habt ihr jetzt einen Wahlzettel mit 17 Möglichkeiten. Da wir hier an der Liste die 1, den Achim Bohl, der jetzt zurückgezogen hat, gestrichen haben, haben wir vor den Namen immer noch mal die Ordnungsnummer dieser Liste geschrieben. Das heißt, Nummer 1 ist der zweite, Mario Espenschied. Nummer 2 ist dann der dritte Platz hier, Felicitas Steinhoff. Also guckt auch auf die Namen, wen ihr wählen möchtet. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, Ja oder Nein anzukreuzen. Die Satzung sieht vor, dass maximal 8 Beisitzer gewählt werden. Gewählt ist derjenige, der die einfache Mehrheit erreicht. Das heißt, mehr Ja als Nein Stimmen hat. Enthaltungen werden nicht gewertet. Das haben wir ja vorhin beschlossen. Ihr habt die Möglichkeit, in jeder der 17 Spalten ein Kreuz zu machen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Spalten freizulassen. Wenn ihr einen Spalten freilasst, dann enthaltet ihr euch in diesem und dann gebt ihr dem weder eine Ja noch eine Nein Stimme. Gibt es dazu, bevor jetzt alle rausrennen, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwas nicht verstanden oder so? Das ist nicht der Fall. Dann präsentieren meine Wahlhelfer bitte die Urnen. Den doppelten Boden haben sie vorher reingemacht. Das finde ich gut. Dann fallen nämlich die Stimmzettel nicht raus. Gut, dann vielen Dank. Dann könnt ihr die Urnen zumachen. Könnt rübergehen. Der stellvertretende Wahlleiter ist schon drüben im Wahllokal. Der erwartet euch. Ihr könnt euch dann Richtung Wahl begeben. Und hiermit eröffne ich dann den fünften Wahlgang und diesmal zu den Beisitzern. Und hiermit eröffne ich dann den Fünften. Liebe Leute, ich brauche mal ein paar Stifte. Liebe Leute, ich brauche mal ein paar Stifte. Liebe Leute, ich brauche mal ein paar Stifte. Amen. Ich brauche mal ein paar Stifte. Achim, Achim, wie lange dürfen wir hier sein? Ich brauche mal ein paar Stifte. Ich brauche mal ein paar Stifte. Achim, Achim. 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 Vielen Dank. 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 Roman Roman. Roman Rousseau. auf, mit Klammer auf, Vorbehalt, Klammer zu. Ja, Rosso. Krusso, Entschuldigung, Krusso. Roman Krusso. Ja, so wie du es geschrieben hast. Genau, Klammer auf, Vorbehalt, genau, Klammer zu. Der Vorbehalt ist, dass er mir noch die Kandidatur erklären muss, aber da, jetzt steht er erst mal auf der Kandidatenliste. Gibt es weitere Kandidaten? Das ist nicht der Fall. Dann fünf, vier, drei, zwei, zwei, eins. Dann schließe ich die Kandidatenliste und bitte den Stefan, sich vorzustellen. Ich möchte als erstes erklären, warum ich hier stehe. Noch weiter weg gehen. So? So ist gut? Also, warum ich hier stehe. Montag, 27. Oktober 1806, drei Tage vor dem Reformationstag. Napoleon kam, sah und siegte. Berlin war eingenommen, der Staat Preußen existierte nicht mehr. Die Stein-Hardenbergschen Reformen für den Staat Preußen begannen. Ein Zitat. Demokratische Grundsätze in einer Regierung scheinen mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist. Die reine Demokratie müssen wir noch dem Jahre 2440 überlassen. Das war 1806. Wenn diese je für Menschen gemacht werden kann. Einen Staat mit Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger auf der Grundlage von persönlicher Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz. Zitat Ende. Die Rede da hat sechs Minuten. Als zentrales Reformziel formulierte von Stein die Belebung des Gemeingeistes, des Bürgersinns, die Benutzung der schlafenden und falsch geleiteten Kräfte und zerstreut die liegende Kenntnisse. Wilhelm von Humboldt, der Bruder Alexander von Humboldts, der 1808 die Leitung der Abteilung Kultusunterricht übernahm, Zitat Jeder ist nur offenbar dann ein guter Handwerker, Kaufmann oder Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinem besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierzu erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufes nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, wie es im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Zitat Ende. Was hat das alles mit der Piratenpartei zu tun? Wir vertreten unter anderem die oben genannten Grundsätze und Ziele, jedoch in eine moderne Reform gegossen. Die reine Demokratie müssen wir noch dem Jahr 2440 überlassen. Diese Bemerkung macht uns nachdenklich. Die vierte industrielle, das heißt die digitale Revolution, macht es uns möglich, eine Basisdemokratie anzustreben. Zum Beispiel mit Liquid Feedback. 428 Jahre früher, als von den russischen Reformern geträumt, durch die Piratenpartei. Leider tut es Liquid Feedback nicht alleine. Wir benötigen auch Liquid Money. Wir haben gezeigt bekommen, wie es in diesem Haiferspecken, in dem wir mitschwimmen wollen, zugeht. Wir brauchen die Köpfe, die Redner, die die Fähigkeit haben, andere Menschen in ihren Band zu ziehen, mit Schlagfertigkeit und Chuzpe. Die wirklichen Piraten. Wir sind noch lange nicht am Ende, aber so langsam ist Schluss mit lustig. Jetzt wird es ernst. Wir müssen ein Team sein, vom Vorstand bis zur Basis und von der Basis bis zum Vorstand. Verzeihung, hier habe ich zitiert. Ich weiß bedauerlicherweise nicht von wem, aber diese Worte beruhigen mich sehr. Wir sind nicht allein. Auch stehen wir auf den Schultern von den Giganten der preußischen Reformen, deren Traum von Demokratie gescheitert ist. Sie sprechen mit uns durch ihr Vermächtnis. Es ist spät, sehr spät. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Als erstes sind die Finanzen der Piratenpartei Niedersachsons in Ordnung zu bringen. Da stehe ich Gott sei Dank nicht allein. Es ist die Basis jedweder anderen Aktivität und es ist Kernerarbeit. Wem nützt es, wenn die Landespartei Niedersachsons zahlungsunfähig wird? Wem nützt es, wenn wir wie Veteranen sagen müssen, ach, wie war das schön, als die Piratenpartei Niedersachsons noch existierte? Weißt du das noch? Wem nützt das? Ich selber habe Erfahrung im Krisismanagement, sowohl im englischen als auch im deutschen Sprachrahmen und ich halte nichts von Management by Crocodile. Warten, bis einem das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe steht und dann das Mal ganz weit aufreißen. Ich halte nichts davon, dass bis zum 01.02.2013 unter 30% der Mitgliedsbeiträge eingegangen sind. Dankeschön. Deine Redezeit ist um. Ich habe noch 10 Sekunden. Es blinkt rot. Tut mir leid. Okay. Ich gestatte dir den letzten Satz noch zu Ende zu sprechen. Mein Name ist Stefan Helle und ich kandidiere für den Finanzaufgaben für den Datenpartner Niedersachsons. Dankeschön. Bitte. Okay, also wir machen das wie gewohnt. Stefan, du hättest noch gar nicht weglaufen brauchen. Es werden möglicherweise noch Fragen an dich gestellt. Ich nehme an, deswegen stehst du am Mikrofon. Das ist schön. Dann warten wir, bis der Stefan wieder auf der Bühne ist. Und dann machen wir erst die Fragerunde. Bitte, du kannst reden. Ja, also die ersten drei Minuten sind ja leider mit Geschichte belegt gewesen. Ich hätte ich hätte gerne noch mal gehört, wofür du jetzt im Finanzrat bist und wofür du stehst. Das erste ist, ich wollte meine Motivation erklären, warum ich diese Position haben möchte. Und wie war, entschuldigen, das war das letzte dieser Erfolg. also mir wäre es wichtig zu wissen, was für Aufgaben du im Finanzrat siehst für dich und für den Finanzrat. Also das kam leider gar nicht rüber. Also für mich. Ja genau, da war nämlich Schluss. Also den Satz konnte ich leider nicht vollenden, das waren nur 40 Sekunden. Ich habe, das lese ich jetzt kurz vor. Ich habe Erfahrung im Krisismanagement, sowohl im Englischen als auch im deutschen Sprachraum und halte nichts von Management bei Krokodile. Ich halte nichts davon, dass bis zum 1. 2. 2013 die Mitgliedsbeiträge zu 30 Prozent nur eingegangen sind und ich fürchte, dass es nicht mehr nicht zu viel werden, Entschuldigung, unter 30 Prozent, dass sie nur eingegangen sind innerhalb von vier Wochen. Fällig waren die ja zum 1. 1. Dankeschön. Die nächste Frage bitte. Mich würde mal interessieren, was du so an Erfahrungen und Tätigkeiten schon mitbringst, was sich dafür auszeichnet, im Finanzrat zu sein. Ich bin seit 2011, Mitte 2011, erst hier in Niedersachsen und Mitglied, eine Minute, okay, in Niedersachsen und bin fasziniert von dem Weg, den diese Partei eingeht. Und das war auch der Grund, warum ich die Geschichte da erwähnt habe. Es gibt Parallelen in der Geschichte dafür. Und die Leute, die waren wirklich gut. Und Erfahrung in dieser Hinsicht, Buchhaltung, ich kann eine Bilanz lesen und in Absprache mit eurer Hilfe, das ist für mich kein Problem. Ich habe Englisch innerhalb von drei Monaten gelernt, flüssig, zu sprechen und zu schreiben. Nur eine kurze Frage. Ist dir bewusst... Sekunde, gib uns gerade einen Augenblick Zeit, damit wir die Zeit zurückstellen und wieder neu starten können. Dankeschön. Ist dir bewusst, welche Aufgaben der Finanzrat hat, unter anderem die Verteilung der staatlichen Mittel und der Mitgliedsbeiträge zwischen dem Land, dem Bund und den Kreisverbänden als Vorschlag für den BPT auszuarbeiten? Darüber bin ich mir bewusst. Ich habe Erfahrung im Krisismanagement. Das heißt, da sind Betrieben, die wackeln und das sind solche Sachen, das hängt davon ab, welche Informationen ich bekomme. Ich werde da mein Bestes dafür geben. Okay. Ich hatte einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, daselbige, aber leer ist es, der GO-Antrag hinfällig. Ich bedanke mich beim Stefan. Dankeschön. Als nächstes kommt der Achim Bohl auf die Bühne, der übernimmt es, etwas zum Roman Grosso zu sagen, der der andere Kandidat für den Finanzrat ist und sobald gibt es ein... Ist okay? Gut, dann kann der Achim loslegen. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht Roman, ich stehe jetzt hier, weil ich Roman vorgeschlagen habe für den Finanzrat. Roman ist von euch allen letztes Jahr auch in den Finanzrat gewählt worden. Roman hat sich im Finanzrat sehr stark engagiert, hat regelmäßig an den Real-Life-Treffen teilgenommen, hat, sobald ihm das möglich war, hat regelmäßig an den Mammelbesprechungen teilgenommen, hat sich sehr stark und intensiv eingesetzt für die Belange des Landesverbandes Niedersachsen, das Ganze aber auch mit so viel Augenmaß, dass ich sagen muss, Hut ab, das ist für uns aber durchaus noch mit dem notwendigen Augenmaß rangegangen an die Geschichte Parteienfinanzierung zum Beispiel. Das hat mich auch dazu bewogen zu sagen, jawohl, Roman nimmt diese Aufgabe mit Herz und Hand wahr und deswegen verdient er es, dass wir ihn erneut wählen und darum bitte ich um eure Stimme für Roman. Danke. Achim, lauf nicht weg, könnte ja sein, dass jemand eine Frage stellen will, vielleicht, das sieht nicht so aus, dann bedanke ich mich. Dann bedanke ich mich für das Nichtstellen von Fragen. Ja, und ich bedanke mich beim Achim dafür, dass er es übernommen hat, den Roman vorzustellen. Dankeschön. Ja. Kann ich jetzt an den Jan übergeben, bitte. Genau, dann kommen wir nämlich zur Wahl. Wir wählen offen, das heißt, ihr nehmt eure Stimmkarten. Ich frage beide Kandidaten ab, Ja und Nein. Wenn ihr für einen Kandidaten seid, hebt ihr bei Ja die Karte, wenn ihr gegen einen Kandidaten seid, dann hebt ihr bei Nein die Karte. So einfach ist das. Wir wählen die jetzt zweimal hintereinander, das ist einfacher als mit Zustimmung. Dann, wer ist für Stefan Hell als Vertreter dem Finanzrat, hebt jetzt die Karte, wer mit Ja stimmt. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Gut, dann wer ist für René Grusso in den Finanzrat? Wer ist mit Ja, Entschuldigung, Roman Grusso in den Finanzrat, hebt bitte die Karte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Damit ist Roman gewählt, Stefan nicht. Dann eröffne ich die Kandidatenliste für Vertreter in den Finanzrat, da wir zwei benötigen. Gibt es Bewerber für den Finanzrat? Nein, es werden zwei Gleichberechtigte in den Finanzrat entsendet. Gibt es Bewerber für den Finanzrat? Reinhard nehmt an, dass du kandidierst. Okay, Reinhard kandidiert. Gut, dann gibt es weitere Kandidaten. Dann schließe ich die Liste in 5, 4, 3, 2, 1. Die Liste ist geschlossen. Reinhard darfst du dich vorstellen. Ja, ich habe das zusammen mit Roman ja gemacht. Ich habe als Schatzmeister sozusagen bin ich in den Finanzrat gegangen, weil ich damals dachte, das wäre wichtig, diese Brücke zu haben zwischen Schatzmeister Rai und Finanzrat. Wir haben durchaus festgestellt, dass sie nicht unbedingt notwendig ist, aber eben man entsprechende Informationen haben will. Und ich finde, würde das gerne dann einfach nochmal mit Roman weitermachen. Es gibt, glaube ich, zwei Real-Life-Sitzungen im Jahr und zwei oder drei Mammel-Sitzungen. Also das ist in jedem Fall bewältigbar von der Arbeit her. Danke, Meinhard. Gibt es Fragen? Ja, es gibt Fragen offensichtlich. Dann schießen wir los. Es fällt mir schwer, das als Frage zu stellen. Deswegen danke. Okay, möchtest du noch bitte sagen? Oder gern geschehen? Ja, keine weiteren Fragen. Damit ist das erledigt. Dann, Jan, soll ich eben kurz die Abstimmung durchführen? Dann möchtest du selber. Der Herr macht das gleich. Unser Wahlleiter ist gleich wieder für Sie verfügbar. Gesundheit. So, weil ich jetzt gerade zweimal gefragt werde, erkläre ich es auch gerade nochmal öffentlich, weil dann muss ich es nicht noch fünfmal sagen. Die Vertreter in den Finanzrat wählen wir deshalb öffentlich. Nach eurer Geschäftsordnung müsst ihr ja Ämter geheim wählen. Der Vertreter in den Finanzrat ist in dem Sinn kein Amt, weil es ist ein Vertreter, also eine Art Delegierter. Damit können wir es offen wählen. Ja, deswegen, also es wird die ganze Zeit von Vertretern, nicht von Ämtern gesprochen. In Satzungen und Bundesfinanzordnungen, auch nicht in eurer Finanzordnung. Damit kann man sie offen wählen, weil da sind es keine Ämter im Sinne eurer Geschäftsordnung. Dann kommen wir zur Wahl von Meinhard. Kannst du das nochmal in der Satzung nachgucken, nicht in der Geschäftsordnung? In der Satzung steht zu geheimen Wahlen überhaupt nichts drin. Schau mal nach Personenwahlen. In der Satzung steht zu Personenwahlen, dass nähere Sachen die Geschäftsordnung regeln. Ich kann es dir gerade zitieren. Während der ja nachsieht, wer gegenteilige Erkenntnisse hat, würde die gerne mit der Quellenangabe, also sprich. Satzung, Bund? Ich habe es aus der Satzung aus dem Wiki, aus dem Bereich NDS gezogen. Gucken jetzt alle mal parallel. So. Also bei den Finanzräten ist es tatsächlich eine Beauftragung, also keine direkte Personenwahl, weil die Personen im Finanzrat haben ja eigentlich auch gar keine Entscheidungskompetenz und gar nichts. Das sind halt Vertreter, die man entsendet. Da sind Beauftragte, die beauftragen die damit. Damit sind es streng genommen keine Personenwahlen, aber würde ich ein Meinungsbild einholen, ob ihr das genauso seht wie ich. Dann machen wir das gerade per Meinungsbild. Möchtest du das abfragen, Mike? Ja, ich hätte am liebsten meine Meinung selber geäußert, aber darf ich ja nicht. Insofern, die Frage ist folgendermaßen, seid ihr der Meinung, es sind Personenwahlen? Ja oder nein, werde ich abfragen. Zuerst mal hebt ihr die Karte bitte, wenn ihr sagt, ja, das sind Personenwahlen, die müssen geheim erfolgen. Danke. Ich sagte, nein, die sind eindeutig überwiegende Mehrheit, sehen das genauso wie du, Jan. Genau, dann machen wir das im Konsens einfach jetzt beim Finanzrat. Dann kommen wir zur Wahl von Meinert als Vertreter in den Finanzrat. Wer für Meinert ist, hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Danke sehr. Wer dagegen ist, bitte jetzt. Damit ist auch Meinert gewählt. Wir haben zwei Vertreter in den Finanzrat. So, dann kommen wir zur nächsten Beauftragung. Übrigens, die Beisitzer-Auszählung dauert halt auch noch ein bisschen, weil das jetzt halt viel Zählarbeit ist. So, eine Sekunde, ich will gerade noch was gucken. Nein, Kassenprüfer sind sogar entert. So, dann kommen wir zu den Vertrauenspiraten. Die stehen auf der Tagesordnung. Wie viele stehen denn drauf? Ich finde nichts in der Satzung zum Vertrauenspiraten, deswegen. Ja, dann haben wir keine Anzahl. Dann eröffne ich trotzdem den Wahlgang zu den Vertrauenspiraten. Die Kandidatenliste, gibt es dazu Kandidaten oder Vorschläge? Gibt es Kandidaten oder Vorschläge? Ich würde gerne jemanden vorschlagen. Ja. Den Mirko Klisch aus Hannover-Garbsen. Ist der da? Mirko? Mirko, würdest du? Jo, Mirko Klisch. Kommst du gerade mal hier hin, dass du ihm den Namen sagst? Ist Big Arne im Raum? Ich würde dich nämlich vorschlagen. Big Arne? Dann geht das wohl leider nicht. Dann schieben wir die Wahl zurück. Dann kommen wir... Entschuldigung, hört auf euch, um das Mikrofon zu prügeln. Dann schieben wir es nach die... Wenn Doppelkandidaten vorliegen, müssen wir es zurückstehen. Ja. Gut, dann schieben wir die Wahl zurück und ich gebe wieder an den Mic, weil ich kann keine offenen Wahlen mehr machen. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass wir versucht haben, jetzt während der Aussendung die offenen Wahlen abzuarbeiten. Wir haben jetzt hier einen Kandidaten, der bei den Beisitzern noch dabei ist. Ich habe in der Zwischenzeit einen GO-Antrag vorliegen, Beantragung der Änderung der Tagesordnung. Der Tagesordnungspunkt Satzungsänderung 2 soll gestrichen werden. Ich bin gezwungen, den zu behandeln, obwohl ich der Versammlung bereits mitteilen kann, dass es absehbar ist, dass wir ohnehin aus Zeitgründen nicht mehr zu diesem Bereich kommen werden. Es wäre im Zweifel hilfreich, trotzdem von der Versammlung eine Entscheidung darüber zu erfahren. Insofern die Frage, wollt ihr, dass der Tagesordnungspunkt Satzungsänderung 2 gestrichen werden soll? Gibt es da Gegenrede? Ich sehe formal, stimme mal ab, wer ist dafür, dass diese Satzungsänderung 2 gestrichen werden? Ich bitte um Beteiligung und deutliche, schnelle Zeichen. Danke, Gegenprobe. Deutliche Mehrheit ist für die Streichung, damit ist er angenommen. Und der Tagesordnungspunkt Satzungsänderung 2 ist damit gestrichen. Vielen Dank. Das geht hier zum Protokoll. Der ist gestrichen. So, der nächste Antrag, den ich habe, bezieht sich auf das Ergebnis der Wahl. Den können wir jetzt auch noch nicht behandeln. Das heißt, ich habe im Moment auch nichts weiter zu behandeln. Aufgrund dessen, dass wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, möchte ich auch keine anderen Dinge wie Pausenfüller oder sowas behandeln, damit wir jederzeit, ohne jemanden unterbrechen zu müssen, wieder fortsetzen können. Der Jan geht in der Zwischenzeit mal gucken, wie weit es mit der Auszählung ist. Der Jan hat mir mitgeteilt, dass die Kassenprüfer nicht offen gewählt werden dürfen. Das haben wir abgefragt. Und es ist tatsächlich so, dass die Wahl der Kassenprüfer ebenfalls geheim sein muss. Und das können wir nicht tun, während noch ausgezählt wird. Wir bitten da um einen kleinen Moment Geduld. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Wir möchten gerne noch Vertrauenspiraten vorschlagen. Sekunde. Einen Augenblick. Ich befasse mich gleich bei mir. Augenblick. Einen 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 Augenblick. vor. Das wäre es dann. Danke. Dankeschön. Dann möchte ich eine Ehrung durchführen. Also Björn, wir danken dir recht herzlich für deinen Einsatz. Du hast uns getrieben. Du hast jedes Mal am Sonntag die Tagesordnung zusammengestellt. Und deswegen würde ich dich gerne so ein bisschen aufwerten. Du bist ja praktisch unser Obersheriff. Und manchmal wäre es dir sicherlich gelegen, diese Leute, die uns da geärgert haben, richtig in Ketten zu legen. Deswegen überreiche ich dir hiermit Handschellen. Ja, danke schön. Nein, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht irgendwie. Ich habe eigentlich nur meinen Job gemacht. Aber ich würde mich auch noch mal gerne bei den anderen Richtern dafür bedanken, dass wir so produktiv zusammengearbeitet haben. Ja, jetzt wo du Handschellen hast, hätte ich da mal ein paar Vorschläge, über die wir gleich reden. Entschuldigung. Der erste Fragesteller, bitte. Ich stelle mir die Frage, ob ich euch einfach mal riesigen Dank aussprechen darf. Ich weiß, was ihr in den letzten Monaten bearbeiten und erleiden musstet. Vielen Dank dafür. Ja, das Schiedsgericht in Niedersachsen wird hart gegrillt. Ich merke es. Keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich bei euch für den Bericht. Ja, also folgendes. Ja, das geht. Also die Versammlungsleitung schlägt euch vor, zum jetzigen Zeitpunkt die Vorstellung der Schiedsgerichtskandidaten durchzuführen. Unabhängig davon, dass wir sie nicht unmittelbar im Anschluss daran wählen können. Wenn wir Pech haben, ein paar Minuten danach immer noch auf die Abstimmung warten. Ich möchte das aber vom Willen der Versammlung abhängig machen. Und deswegen frage ich jetzt, wer ist dafür, dass wir jetzt die Vorstellung der Schiedsgerichtskandidaten durchführen? Danke. Wer ist dagegen? Danke. Dann folgen wir dem Willen der Versammlung und machen das so. Dankeschön. Dann hätte ich gerne, dass die Kandidaten für das Schiedsgericht nach vorne kommen und sich vorstellen. So, ich öffne die Kandidatenliste zu Kandidaten für das Landesschiedsgericht. Und wer kandidieren möchte, möge bitte einmal hier kommen und ihm seinen Namen sagen. Ja, auch für dich gilt das, Jens. Und bitte beschwere dich nicht, dass er zu langsam tippt. So, gibt es weitere Kandidaten außer die, die gerade auf der Bühne stehen? Irgendjemand hatte was erzählt? Ich schlage die Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten. Ich schlage die Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten. Ich schlage die Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten. Ich schlage die Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten zu Kandidaten. Achim, soll ich mal die 16-30-17-30-Regel erklären? Oder war das 17-30-18-30? 17-30-17-30. Entschuldigung. Also folgendes. Der aller, allerletztmögliche Zeitpunkt, für wann wir die Versammlung schließen müssen, ist um 17.30. Wenn wir bis dahin machen, was wir wahrscheinlich müssen, setzt das voraus, dass um 17.30 jeder, aber auch wirklich ausnahmslos jeder Anwesende beim Abbauen mithelfen muss. Tische zusammenklappen, Zehnerstapel von den Stühlen, alles schön beiseite räumen. Ihr werdet dann von der Orga dirigiert. Aber niemand, wirklich niemand, verlässt den Saal, ohne mitzuhelfen. Denn das ist der allerletztmögliche Zeitpunkt, zu dem wir es noch irgendwie schaffen können, komplett zusammenzuräumen und rechtzeitig hier rauszukommen. Okay, deswegen. Das machen wir jetzt verbindlich. Gut, ganz kurz. Warte kurz, ich bin noch nicht fertig. Ich habe aber noch das Wort, weil meine Kandidatenliste gerade offen ist und ich Kandidaten aufstelle für das Schiedsgericht. Ich wollte noch eine Abfrage machen. Ja, dann auf, dann darfst du. Zeigt mir mal eure Stimmkarte, wenn ihr bereit seid, beim Abbau zu helfen. Ja, das genügt mir. Danke, der Jan ist dran. So, weil gerade die Frage aufkommt. Mitglieder der Schiedsgerichte, wir dürfen nicht Mitglieder eines Vorstands der Partei oder eines Gebietsverbandes sein, in einem Dienstverhältnis zu einer Partei stehen oder in einem Gebietsverband stehen oder von ihnen regelmäßig Einkünfte beziehen. Also, weil jetzt gerade die Frage war, wer im Schiedsgericht sitzen darf. Also Kassenprüfer geht, aber wer im Vorstand sitzt irgendwo oder für die Partei arbeitet oder für eine Firma arbeitet, die regelmäßig für die Partei arbeitet, darf das nicht. Gibt es noch weitere Kandidaten? Nee, als Kreisvorstand geht es dann tatsächlich nicht. Gut, dass wir es geklärt haben. Gibt es weitere Kandidaten? Mandatsträger, ja. Ja, Mandatsträger sind unabhängig von der Partei und stehen nicht in einem Dienstverhältnis mit der Partei, weil das ein öffentliches Dienstverhältnis ist. Deswegen hat die Partei übrigens auch kein Zugriffsrecht auf Mandatsträger. Deswegen ist das freie Mandat, Artikel 21 Grundgesetz. Gut, hey, Grundgesetz zitiert. Gibt es weitere Kandidaten zum Schiedsgericht? Dann 3, 2, 1, 0. Dann schließe ich die Kandidatenliste zum Schiedsgericht. Dann eröffne ich die Kandidatenliste zu den Kassenprüfern. Wir brauchen zwei Kassenprüfer. Kleiner Hinweis, warum ich das gerade mache. Ich habe den Plan, wir machen danach nach den Vorstellungen einfach einen kurzen Beschluss und wählen die Kassenprüfer und die Schiedsrichter in einem Wahlgang. Das können wir nämlich laut Satzung mit einer einfachen Mehrheit beschließen und dann sparen wir uns nämlich ein bisschen Zeit. Dann gibt es Kandidaten für den Kassenprüfer. Du, sag ihm deinen Namen. Okay, und der Arne Koch. Ludwig. Aber Arne war richtig, oder? 50 Prozent ist auch okay. Das ist eine 3, 3 ist bestanden. Gut, dann machen wir jetzt erst, dann gebe ich jetzt, darf ich? Dann gebe ich jetzt zur Vorstellung des Schiedsgerichtes, achso, du möchtest auch noch? Ja? Ja? Gut, dann sag ihm deinen Namen. Gibt es weitere Kandidaten für den Kassenprüfer noch, außer den dreien? Dann 5, 4, 3, 2, 1. Damit ist die Kandidatenliste auch geschlossen. Ich übergebe an Mike zur Vorstellung, Durchführung der Vorstellung und wenn ihr damit durch seid, komme ich dann mit dem Ergebnis der Beisitzer wieder. Super, danke. Bitte. Ich mache jetzt keine lange Diskussion über die Reihenfolge der Vorstellungen. Ich gehe davon aus, dass die Versammlung damit einverstanden sein wird, wenn wir die der Reihe nach durchgehen, so wie sie da stehen. Gibt es dagegen Gedengerede? Nein? Beschlossen. Danke. Draflo, hau rein. Ja, Jens Wolfert, Jens Wolfert Schicke-Uffmann, Momentan unter anderem Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Braunschweig. Letztes Jahr im Schiedsgericht an praktisch allen Verfahren, wenn ich mich nicht irre, beteiligt gewesen. Halte mich für in der Lage, im Zweifelsfall unabhängig, irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Ja, ich werde vermutlich für den Bundestag kandidieren. Jedenfalls beabsichtige ich das. Was umgekehrt bedeutet, es ist relativ wahrscheinlich, dass Aufstellungsversammlungen angefochten werden. Was wiederum bedeutet, wenn ich ins Schiedsgericht gewählt werde, würde ich hoffentlich für viele von den Aufstellungsversammlungsanfechtungen rausfallen, weil ich eventuell selber Listenkandidat wäre. Das könntet ihr vielleicht entsprechend berücksichtigen. Also ich wäre auch mit dem Ersatzschiedsrichteramt sehr glücklich, was das angeht. Gibt es Fragen? Keine. Danke. Dann Björn Willenberg, bitte. Eberhard, bitte nicht so laut. Hallo, ich bin Björn Willenberg. Ich habe gerade schon den letzten Schiedsgerichtsbericht vorgestellt. Ich bin seit Mai 2008 bei den Piraten. Wie ich zu den Piraten gekommen bin, steht auf meiner Wiki-Seite. Ich habe die letzten Jahre schon im Schiedsgericht verbracht. Das letzte Jahr hatten wir sehr viele Verfahren. Damit bin ich auch gut klargekommen. Anscheinend ebenfalls keine Fragesteller. Danke schön. Dann Christian Koch. Ja, hallo. Mein Name ist Christian Koch. Ich bin seit 2007 Pirat, war Vorsitzender, war auch schon im Schiedsgericht. Ich denke, dass wir vermutlich demnächst wieder etwas mehr zu tun haben werden, was die Schiedsgerichtbarkeit angeht. Ich stelle mich dafür da auch als ausgleichende Person und sehr bedachte Person mit zur Verfügung. Und insbesondere als Ersatzrichter. Nein, ich werde nicht kandidieren auf irgendeiner anderen Ebenen oder Ähnliches. Und ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Dankeschön. Ebenfalls keine Fragesteller. Dann der Jürgen Junghänel, bitte. Jürgen Junghänel, 2009 Pirat, Richter 2011 und 2012. Biete meine Erfahrungen in diesem Gericht weiterhin an. Dankeschön. Ebenfalls keine Fragen. Dann Arne Hattendorf, bitte. Hallo, ich bin nicht Arne Hattendorf. Ich wurde aber von ihm gebeten, die Vorstellung für ihn zu übernehmen. Arne ist im Rat der Stadt Wolfenbüttel und ist in der jetzigen Amtsperiode stellvertretender Richter, glaube ich, gewesen. Und sagt, er würde das gerne auch weitermachen, wenn sich keine geeigneteren Leute finden würden. Arne, dein Diätprogramm ist super, das will ich auch kennenlernen. So, dann können wir die Vorstellung der Kassenprüfer machen. Denn erstens bitte der Jan Tode. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jan Tode auf Twitter, Tanz des Feuers. Ich würde mich gerne hier als Kassenprüfer zur Wahl stellen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich denke, dass ich Rechnungen ganz gut überprüfen kann. Ich hoffe, dass ich als Wachhund, wie ich den Kassenprüfer empfinde, nicht so oft bellen muss. Schönen Dank. Weiterhin keine Fragesteller. Dann bitte der Arne Ludwig. Ja, ich habe ja gestern schon den Kassenprüferbericht für 2012 vorgestellt. Es war so, dass wir dort beim letzten Mal sehr viele Kassenprüfer gewählt hatten. Aber doch einige dann ausgefallen sind, sodass ich dann als Ersatzkassenprüfer dann auch jetzt in Dienst gegangen bin. Und da wir nur zwei Kandidaten hatten, habe ich gedacht, ich werde mich diesmal auch wieder bewerben, damit wir nicht im Zweifel, wenn jemand ausfällt, dann ein Problem haben. Ja, das war es. Okay, dann noch den Eberhard Beutler, bitte. Ich habe mich schon vor einiger Zeit eintragen lassen auf die Liste, sofern ich das überhaupt selber kann, weil ich mich ja nicht selber beworben habe. Kassenprüfer, denke ich, dass man sich einbringen kann, dass man nicht immer gesagt kriegt, du tust ja nichts. Ich bin als Kassenprüfer, würde ich auf alle Fälle keine kreative Buchführung unterstützen. Das würde ich also im Plenum mit Sicherheit zur Sprache bringen. Ansonsten muss ich sagen, der Kassenprüferbericht, der heute vorgetragen worden ist, entsprach schon meinen Vorstellungen. Fand ich richtig gut. Und dass er jetzt nochmal kandidiert, finde ich auch gut, weil es eigentlich in der Kontinuität der Kassenprüfung damit eine gewisse Stabilität reinkommt. Ansonsten, wenn ihr mich wählt, müsst ihr mich anständig wählen. Dann, das ist ein Vertrauensjob. Und wenn der nicht ausreichend ist, dann werde ich das auch ablehnen. Dankeschön. Nicht weglaufen, diesmal haben wir einen Fragesteller. Bitte. Eberhard, du hast gerade von kreativer Kassenführung gesprochen. Könntest du dir erklären, was du darunter verstehst? Das kann ich dir erklären. Die kreative Buchführung geht also dahin, wenn da irgendwelche Luftnummern gebucht werden, die keine reale Substanz haben. Könntest du das bitte vertiefen? Ich werde nicht der Buchhalter sein, um das zu machen, aber ich kann gut mit Zahlen umgehen und ich kann solche Sachen entdecken. Und wenn das nicht schlüssig ist, dann fällt mir das mit Sicherheit auf. Ich danke für die Antwort, gleichwohl ich sie nicht verstehe. Danke für die Vorstellung. Hier läuft ein stellvertretender Wahlleiter mit einem Notebook durch die Gegend und vielen Zetteln in der Hand. Darf ich daraus irgendetwas schließen? Okay, also wir bekommen sehr bald ein Ergebnis. Darf ich dich mal so verstehen, dass wir momentan nichts anderes machen können, außer das Ergebnis abzuwarten und schon mal die nächsten Stimmzettel zu drucken? Dann bitte ich die Versammlung um einen kleinen Augenblick Geduld. Ich hoffe, ihr könnt euch so lange merken, wie die Vorstellungen von schiedsgerechten und Kassenprüfer waren. Notfalls schreibt euch schnell auf, wen ihr wählen wollt. Jemand möge mal bitte nach dem Jan Leutert suchen und der ist schon unterwegs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, wenn dann macht er das. Soll ich warten, bis das auf den Beamer kommt, oder soll ich direkt mal vorlesen? Wer ist für warten? Wer ist für vorlesen? Das sind mehr, die sind gespannt. Also... Ach, schade. Das war knapp. Pünktlichkeit ist die Kunst abzuschätzen, um wie viel sich der Chef verspätet. Ey, Moment mal. Ich bin der Chef und du bist verspätet. Jetzt denk doch mal über meiner Aussage nach. Warte mal, ich kann dich ernennen. Kann ich dich anfeuern? Nein, ich bin gewählt. Mist. So. Nee, du bist ernannt. Nein, ich bin gewählt worden gestern. Du bist aber heute ernannt worden. Das ist egal. Wir haben ein Ergebnis. Ich lese es euch mal vor. Wir haben eine Anzahl Beisitzer gewählt. Minimal ein, maximal acht. Auf Siegfried empfehlen 13 Ja-Stimmen und 96 Nein-Stimmen. Auf Rolf empfehlen 13 Ja-Stimmen, 82 Nein-Stimmen. Auf Gilbert empfehlen 33 Ja-Stimmen, 66 Nein-Stimmen. Ebenso auf Richard. Auf Martin empfehlen 44 Ja-Stimmen, 59 Nein-Stimmen. Auf Jürgen 50 Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen. Ihr merkt, wir kommen langsam in den Bereich, wo es kritisch wird. Auf Uwe empfehlen 53 Ja-Stimmen und 52 Nein-Stimmen. Auf Mike 59 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen. Auf Matthias 64 Ja-Stimmen und 39 Nein-Stimmen. Auf Jan 66 Ja-Stimmen und 39 Nein-Stimmen. Auf Helena 69 Ja- und 35 Nein. Auf Meinhard 74 Ja- und 35 Nein. Auf Till 78 Ja- und 30 Nein. Mario 79 Ja- und 31 Nein. Felicitas 89 Ja- und 26 Nein. Sandra 90 Ja- und 24 Nein. Und Jessica 90 Ja- und 20 Nein. Damit sind gewählt Jan, Helena, Meinhard, Till, Mario, Felicitas, Sandra und Jessica. Genau, bei den anderen, also es zählen die acht mit den meisten Ja-Stimmen dann in der Reihenfolge. Damit habt ihr gleich acht Beisitzer. Jan, ich frage jetzt mal alle formal. Jan, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Helena Ja, ich nehme die Wahl an. Meinhard Ja, ich nehme die Wahl an. Till Ja, ich nehme die Wahl an. Till Übrigens als Zweisitzer solltest du deinen Zynismus etwas besser kennzeichnen. Mario Entschuldigung Ja, ich nehme die Wahl an, vielen Dank. Felicitas Dankeschön, natürlich, danke. Sandra Natürlich nehme ich an, danke. Jan, und Jessica Ja, ich nehme die Wahl an. Genau, dann noch ganz kurz zur Grundgesamtheit. Es gab 124 abgegebene Stimmzettel und ich bin sehr begeistert von euch. Wir hatten bisher erst einmal in einem Wahlgang einen ungültigen. Also ihr habt das mit dem Ausfüllen langsam drauf. Gut, dann habt ihr die Vorstellung fertig? Ja, aber trotzdem, da können wir noch nicht. Wir müssen was anderes machen. Wir müssen nach der Wahl für alle Amtsträger mit Ämterhäufung gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung explizit abstimmen. Das müssen wir jetzt machen. Ich brauche jetzt mal alle Gewählten mit Ämterhäufung auf der Bühne, bitte. Alle Gewählten mit Ämterhäufung bitte auf die Bühne. Ich glaube, da sind ein paar Kreisvorsitzende dabei und so, oder? Ja, ne? Oh Gott, alle Kreise Niedersachsens brauchen neue Vorsitzende oder irgend so was. Cleverer Plan. Ihr wollt doch nur Dutzende von Kreisparteitagen abhalten. Ist klar, mache ich. So, nach § 4 Absatz 5 müssen wir der Ämterhäufung explizit in jedem Einzelfall zustimmen. Jetzt habe ich das richtig wiedergegeben, ja, ne? So, und das machen wir jetzt folgendermaßen von außen nach innen, weil du kannst nämlich direkt dir die Treppe runter tilgen, komm mal ans Mikrofon. Sag den Leuten, welche Ämter du hast. Ich habe das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden im Kreisverband Hameln-Pyrmand. Und? 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 Und das ist alles. Ich habe sonst noch eine Beauftragung, aber... Ich dachte, du bist gerade zum Beisitzer im Landesvorstand gewählt worden. Wenn der Ämterhäufung... Alle Ämter, bitte. Okay, und Beisitzer im Landesvorstand Niedersachsen. So, stimmt die Versammlung dieser Ämterhäufung zu? Danke, wer ist dagegen? Mehrheit stimmt zu. Du bist, äh, wie soll ich sagen? Man hat deiner Ämterhäufung zugestimmt. Du bist erlöst, du kannst die Bühne verlassen, Feli ist dran. Sag den Leuten bitte, welche Ämter du hast. Ich bin erste Vorsitzende im Kreisverband Hildesheim und jetzt auch Beisitzerin. Stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Wer dafür ist, bitte hebt. Danke, Gegenprobe. Ist angenommen. Dankeschön. Der nächste bitte. Beisitzer LV, Beisitzer KV Diepholz. Okay, stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Danke, Gegenprobe. Jawohl, ist beschlossen. Dankeschön, Kevin. Ja, neben meinem Amt als Landesvorsitzender bin ich auch stellvertretender Kassenprüfer im Kreisverband Osnabrück. Stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Danke, Gegenprobe. Danke, ist akzeptiert. Jan? Ja, neben meinem neuen Amt bin ich auch noch erster Kreisvorsitzender in Osnabrück. Okay, stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Danke. Wer ist dagegen? Das ist angenommen. Vielen Dank. Bitte. Ja, einmal Landesschatzmeister und einmal noch für 14 Tage Schatzmeister im Regionsverband Hannover. Stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Danke. Wer ist dagegen? Danke. Danke, das ist angenommen. Wurde kein Ämterhäufung? Nein? Bisher wurden alle Ämterhäufungen angenommen. Entschuldigung. Wenn ich fürs Protokoll zu schnell bin, möchte ich um Entschuldigung bitten. Ich kläre das kurz. Oh, die sollen ihren Namen sagen. Ihr werdet gebeten, nachher noch einmal zur gegebenen Zeit, wenn wir in der nächsten Auszählungspause sind, das mit dem Protokoll zu klären, damit eure Namen erfasst werden. Ich bitte um Entschuldigung. Das hätten wir machen sollen für das Protokoll. Danke. Tobias, willst du mitschreiben? Carsten Saversch? Hat er. Mit C. C, S aus H. Ganz wichtig. Kann nur einen geben. Ich bin derzeit der Regionsvorsitzende vom Regionsverband Hannover und seit heute Morgen oder heute Vormittag der stellvertretende Landesvorsitzende. Stimmt die Versammlung der Ämterhäufung zu? Danke. Gegenprobe? Dankeschön. Danke, das ist auch angenommen. So, alle Ämterhäufungen wurden angenommen. Sogar die von C, S aus H. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage? Okay, der Jan braucht noch einen kleinen Augenblick. Zum Ausdrucken. Was sagt die Uhrzeit? 16.56 Uhr. Schaffen wir das noch? Ja. Ja, schaffen wir noch. Alles klar. Das ist jetzt eine großartige Gelegenheit, die Vertrauenspiraten zu wählen. Ich würde mal bitten, die Namensliste der Vertrauenspiraten auf den Beamer zu werfen. Leute, die Vertrauenspiraten vorschlagen wollen, begeben sich zum Saalmikrofon. Diesmal wirklich ebenfalls, falls noch jemand kandidieren möchte, kann er das uns gegenüber ebenfalls kundtun. Die erste Rednerin am Mikrofon darf ihren Vorschlag machen. Bitte schön. Ich möchte Ilva Meier vorschlagen. Ilva Meier. Ich auch. Wiederholungen sind unzulässig. So, ich möchte erst mal gerade die Kandidaten das da öffnen. Ilva ist hier anwesend. Du machst das? Gut. Hab ich dich richtig geschrieben? Ja. Sehr schön. Möchtest du noch jemanden vorschlagen? Ja. Ja, dann? Ich möchte Arne Böttger vorschlagen. Bitte? Arne Böttger. Arne Böttger. Ist er anwesend? Arne, wo bist du? Ja, dann hol die mal bitte. So, gibt es weitere Vorschläge oder Kandidaturen außer Ilva und Arne? Weitere Vorschläge und Kandidaturen? Weitere Vorschläge und Kandidaturen? Ja, der Transparenzhalber, der... Das ist nichts Neues. Ja. Es gab einen weiteren Vorschlag, einen Selbstvorschlag. Der Phil Wendland hatte sich vorgeschlagen. Ich habe gerade mit ihm telefoniert und er sagte, dass er das nur dann aufrechterhält, wenn nicht genügend andere da sind. Er sagte, zwei andere reichen. Phil, achso, du willst also nicht vorschlagen. Ja, eben erklären, warum er trotz seiner eigenen Bewerbung jetzt nicht mehr... Ah, okay. Gut. Dann du? Dann fehlte noch Mirko Klisch auf der Liste. Und bei Arne Böttger bitte das K entfernen. Entschuldigung. Mirko, ist der anwesend? Du hast vorhin schon gesagt, dass du machst. Noch weitere Vorschläge? Ich wurde gerade vorgeschlagen. Ich bin Arne Böttger und ja... Okay, super. Weitere Vorschläge oder Kandidaturen? Überhaupt noch zehn. Neun. Neun. Aha, die macht es mit... Ey! Danke. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Die Kandidatenliste wird geschlossen. Ich bitte Ilva aufs Podium. Ilva? Vorschlag. Arne und Mirko, ihr könnt euch auch schon bereithalten. Ich darf euch bitten, alle schon mal Richtung Bühne zu gehen. Gibt es in der Versammlung Widerrede dagegen, die in der Reihenfolge sich vorstellen zu lassen, wie sie auf der Leinwand stehen? Nein? Gut, dann Ilva, bitte, du hast das Wort. Ja, hallo, ich bin Ilva Meier, ich bin gerade ein wenig planlos, weil mich das jetzt hier überfallen hat. Ich komme aus Hannover, aus dem Regionsverband Hannover. Ich bin da derzeit im Vorstand und ja, wenn ihr mich dafür haben wollt, würde ich das gerne machen. Fragesteller sehe ich keine, dann bitte ich den Arne Böttger auf die Bühne und ich bitte um etwas weniger Radau im Publikum. Ja, hallo, ich bin Arne Böttger, komme auch aus Hannover, war mal bis vor vier Monaten im Vorstand in Hannover. Ich bin auch gerade etwas überfordert, aber wenn ihr wollt, mache ich es gerne. Danke. Ich sehe keine Fragesteller, dann der Mirko Klisch, bitte. Das mit den Fragestellern wird sich gleich ändern. Mein Name ist Mirko Klisch, komme auch aus Hannover, bin in diesem Bereich leid geprüft im letzten Jahr gewesen und von daher kann ich mir gut diese Aufgabenstellung vorstellen und würde mich gerne als Vertrauenspirat einbringen. Dankeschön. Dirk, du hast das Wort. Mirko, du warst letztes Jahr unter anderem als Sprecher einer Gruppe, die sich Bridge Club nannte, sich als parteiinterne Opposition gerierte und dabei vor allem von Leuten getragen wurde, die sehr stark polemisiert und insbesondere auch beleidigend und anderweitig niedermachend gegen Amts- und Mandatsträger gewettert haben. All dieses war erstens unbelegt und ist zweitens mittlerweile auch dadurch aktenkundig geworden, dass viele dieser Leute mittlerweile Disziplinarmaßnahmen haben. Du hast dich da nie wirklich von distanziert. Mich würde interessieren, wie du der Versammlung erklärst, dass wir dich zum Vertrauenspiraten wählen sollen, also dir Vertrauen entgegenbringen sollen. Ich tue das nicht. Ja, wie macht man das? Der Bridge Club oder für mich das, was ich letztes Jahr ins Leben gerufen habe, ist eine Intention meiner Person gewesen und richtete sich als Opposition gegen den alten Landesvorstand. Zu dieser oppositionellen Haltung, die ich dort eingenommen habe, habe ich Bezug genommen. Sprich, der gesamte Text im Wiki zum Bridge Club ist die Position, die ich persönlich vertreten habe. Was damals ganz gut ins Bild passte, war, dass der Bridge Club dann dementsprechend stellvertretend für diese Person, die du gerade angesprochen hast, Dirk, genommen wurde. So hast du das auch verstanden. So hast du das bisher auch mir gegenüber immer vertreten. Das entspricht nicht meiner Haltung. Das habe ich damals dir auch versucht zu erklären. Meine Haltung ist das, was ich geschrieben habe im Bridge Club und dort ging es darum, dass deine Zeit gerade abgelaufen ist. Vielen Dank. Nächste Frage, bitte. Inwieweit siehst du dich in der Lage, diese Erfahrung, die du letztes Jahr gemacht hast, als jede Menge Brücken stark beschädigt worden sind? Du hast jetzt Ende dieses letzten Jahres die Restbrücken gefunden und bist auch rübergegangen. Inwieweit kannst du diese Erfahrung weitergeben und inwieweit könnte sie hilfreich sein? Ich muss da nochmal konkret nachfragen. Was habe ich gefunden? Die letzten Reste von Brücken, die noch da waren. Brücken? Weil die Leute gehen mussten. Also ganz konkret, du hast ja wieder angefangen, an einem Wahlkampf zu helfen, bist wieder am aktiven Treffen gewesen und alles. Das war eine Entwicklung, die du irgendwann im Sommer oder im Herbst eingesetzt hast. Ich bin auch sehr froh darüber, dass du da nicht in eine Fundamentalopposition gegangen bist wie andere. Aber kannst du diese Erfahrung weitergeben? Also ich denke, dass im letzten Jahr, jetzt muss ich mal auf die Zeit gucken, wie viel Zeit habe ich eigentlich immer? Ah, okay, 22 Sekunden. Dass ich im letzten Jahr gerade in dieser diplomatischen Aufarbeitung beziehungsweise die Brücken zu bauen, das war so mein Hauptanliegen, gerade zwischen den strittigen Leuten, weil ich persönlich überhaupt nicht das gut finde, diesen Ausschlussverhalten, der da stattgefunden hat. Und deshalb habe ich eigentlich immer versucht, diese Leute wieder mit einzuziehen und ins Boot zu bringen. Das ist mein Hauptanliegen gewesen. Danke, Zeit ist um. Mike, Saunus, du kannst das gut. Sorg mal bitte in deinem Umfeld für Ruhe. Oh, guck mal, wie sie plötzlich alle schweigen. Schon erledigt. Das gilt übrigens für alle. Nur weil wir jetzt Zeitdruck haben, ist das kein Grund, hier anzufangen rumzulaufen und alle möglichen lauten Gespräche zu führen, die Versammlung zu stören. Bitte jetzt ernsthaft. Das könnte darüber entscheiden, ob wir die Zeit noch finden oder nicht. Es gibt keine weiteren Fragesteller. Mirko, ich danke dir für deine Vorstellung. Vielen Dank. So, damit haben sich die Vertrauenspiraten vorgestellt und der Jan hat das Wort. So, wir machen das mit der Wahl. Sind die Wahlzettel für den kombinierten Wahlgang fertig? Diesmal richtig? Ah, dann war das mein Wahlleiter, mein Stellvertreter. So, wir machen jetzt ganz kurz die Wahl fertig. Kurz zum Ablauf. Danach machen wir, danach gehen wir in den Wahlgang Schiedsgericht und Kassenprüfer. Dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen und wie schnell wir sind. Wollten wir das auf einem Zettel machen? Ja. Muss das beschlossen werden? Das haben wir schon. Hatten wir schon, danke. Oder? Hattest du das nicht schon gemacht? Nö. Ach so, dann müssen wir den, genau, dann müssen wir. Ich möchte diese zwei Wahlgänge gerne in einem Wahlgang durchmachen. Dann sparen wir uns einen kompletten Wahlgang. Das spart uns eine Viertelstunde. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit ist es angenommen. Einstimmig. Danke. Einstimmig, genau, danke. Danach kommt dann tatsächlich noch ein Wahlgang Ersatzrichter. Frage an die drei, vier, fünf Schiedsgerichtskandidaten. Plant jemand dann noch als Ersatzrichter anzutreten? Gut, okay, dann also auflassen. Alles klar, dann kommen wir jetzt erst mal zur Wahl der Vertrauenspersonen. Ich frage jetzt wieder ab, die drei, und ihr könnt mit eurer Stimmkarte wählen. Wer ist für Ilva Meier als Vertrauenspirat? Hebt bitte jetzt die Hand. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit ist Ilva gewählt. Wer ist für Arne Böttger? Hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit ist auch Arne gewählt. Und wer ist für Mirko Klisch? Hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Damit ist er nicht gewählt. Dann ist Ilva und Arne gewählt als Vertrauenspiraten. Ich nehme an, ihr nehmt an. Also pro forma, genau. Dann sind die Wahlzettel fertig da drüben? Gut. Dann du da, der hinten an der Tür steht, der gerade zur Tür reinkommt. Du gehst mal bitte ins Wahllokal und schickst mir mal drei Wahlhelfer mit den Urnen vorbei. Ah, die sind schon hier. Hat sich erledigt. Dann zeigt ihr kurz die Urnen. Wir machen das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ihr geht, vielen Dank. Ihr geht jetzt hinter. Ich eröffne den Wahlgang zum Kassenprüfer- und Schiedsgericht. Machen wir das jetzt mal ein bisschen mit. Wir machen mal ein bisschen hin. Hallo. Kann ich mal was dazu sagen? Ich meine, mich erinnern zu können, dass bei dem letzten Mal die Ersatzrichter nicht getrennt gewählt wurden, sondern es einfach nach der Stimmenzahl ging. Die ersten drei waren halt die Hauptrichter, die nächsten waren die Ersatzrichter. Das wäre sehr praktisch. Kommt nochmal alle rein. Kommt nochmal alle rein. Ich schließe mal die Frage. Hol die nochmal alle zurück. Alle wieder rein. Kommt nochmal alle rein. Holt nochmal alle da draußen rein. Das ist eine gute Idee. Soweit habe ich tatsächlich ganz ehrlich nicht gedacht. Dann machen wir das einfach gerade per Beschluss. Also wir haben jetzt die Wahl des Schiedsgerichtes. Da haben wir fünf Kandidaten. Wir brauchen drei Richter, zwei Ersatzkandidaten. Würde ich sagen, jetzt alle, die im ersten Wahlgang über 50 Prozent kommen, die einfache Mehrheit erreichen, die ersten drei sind Richter und die Nächsten sind dann Ersatzrichter und wenn dann noch welche fehlen, die über 50 Prozent sind, dann können wir noch einen Wahlgang machen. Seid ihr dafür? Dann hebt bitte die Karte. Wer ist dagegen? Damit ist es angenommen. Also dann wählen wir jetzt das Schiedsgericht. Die drei mit den meisten Stimmen und mehr Ja-als-Nein-Stimmen werden Richter und die zwei darauffolgen, solange sie mehr Ja-als-Nein-Stimmen haben, werden Ersatzrichter und die Kassenprüfer und ich eröffne den Wahlgang. Das ist super. Ich brauche noch mal eben meine zwei Wahlhelfer, die gerade eben noch dazugekommen sind. Kenny und den Namen habe ich gerade vergessen. Pascal, komm mal bitte hoch zu mir. Einmal bitte alle nach hinten. So, wählt und begebt euch hier. Du musst da rüber. ZZ? ZZ? Mi, 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 Gerrit. Genau, noch eine Durchsage, wenn ihr wählen wart, kommt ruhig wieder hier rein und helft schon mal beim Abbau, weil wir haben nämlich echt ein wenig Zeitdruck. Das heißt, das läuft dann alles noch weiter, auch die Auszählung und so, aber wir können ja schon anfangen mit abbauen und so. Das Schöne ist, da ihr nämlich das Ergebnis wissen wollt, sind mindestens die fünf, die da vorne auf den Zettel stehen, noch da dann und müssen abbauen. Vielen Dank. 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 Und wir haben einen Gewinner mit der Losnummer 145596. Vielen Dank. 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 Herr Ministerpräsident. Herr Stahlleiter oder sein Stellvertreter soll mal zum Sekretariat gehen, zum Kontrollieren. bitte. Bitte, wenn irgendjemand weiß, woher man Müllsäcke bekommen kann, möge er das mal der Versammlungsleitung mit teilen? Die Orga hätte auch Interesse daran zu erfahren, ob man irgendwo Müllsäcke bekommt, weil anscheinend hier irgendwie in der Halle keine mehr existieren. Vielen Dank. 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 Carsten, 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 Carsten Savos. Carsten, 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 ... Noch mal was? Alle, die jetzt noch nicht wählen waren, bitte jetzt sofort wählen gehen, sonst schließen wir gleich den Wahlgang. Dankeschön. Jetzt spricht der Jan zu euch. So, wer ist eigentlich hier Orga? Der Achim, oder? Ja, einmal. Wir haben einen Gewinner, die Nummer 145627, Gewinner 145627, der war auch noch nicht in diesem Wahlgang wählen. Wer noch seine Stimme noch nicht abgegeben hat, der möge sich bitte jetzt Richtung Wahllokale bewegen. Der Wahlgang wird in zwei Minuten geschlossen. Also der Wahlgang ist in zwei Minuten geschlossen. Und das ist hier. Und das ist hier. Also der Wahlgang ist in zwei Minuten geschlossen. der war auch noch nicht in zwei Minuten geschlossen. Und das ist hier. Und das ist hier. Und das ist hier. Vielen Dank. Versucht mal bitte die Tische freizuräumen. So nach und nach. Je eher ihr die Tische freiräumt, desto schneller könnt ihr nämlich weggeräumt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Schrei doch nicht so rum. Hier steht ein Mikrofon. Sprich doch einfach hier rein. Ein Kabelspinder-Schneidegerät. Jemand, der ein Gerät hat, mit dem man Seitenschneider durchschneiden kann. Danke, ist schon vorhanden. Ja, 12.000 Nerds mit Leathermans kommen angeflogen. Bitte stapelt maximal elf Tische auf die Paletten. Nur zur Sicherheit. Bitte stapelt maximal elf Tische auf die Paletten. Ja, der Jan möchte ergänzt haben, dass das einer mehr als zehn ist. Wenn ihr wissen wollt, wie viel zehn ist, müsst ihr den Meinhard finden, den zum Stapel schleppen und den zwingen, die Hände hochzuheben und so zu machen. Ja, und für die ganz harten Nerds, zehn im Sinne vom Dezimalsystem. Der Schatzmeister des Regionalverbands Hannover möge sich bitte bei mir melden. Der Schatzmeister des Regionalverbands Hannover. Wenn er nicht herkommt, hat er ein Problem in seiner Buchführung. Und seid vorsichtig, klemmt euch nicht die Finger mit den Dingern ein. Jungs, korrigiert den Stapel da bitte mal. Der ist ja ganz krumm und schief. Das sieht ja aus wie bei den Grünen. So, seid noch mal still. Setzt euch noch mal hin. Nein, nein, streicht das. Entschuldigung, blöder Scherz. Wir haben noch ein Ergebnis. So, ich habe hier noch einen Lenski-Parteiengesetz und recht der Kandidatenaufstellungskommentar. Jason, du bist das, ne? Dein Kommentar. Aber mal ernsthaft, geht mal bitte draußen gucken, ob die alle mit dem Wählen fertig sind, ob die noch eine rauchen oder was. Also auf Wählen ist fertig, irgendwo meine Wahlhelfer. Okay, jetzt sind also nur noch die Wahlhelfer beschäftigt. Dann holt mal bitte die aus dem Foyer rein und die, die vor der Tür rauchen. Es gibt noch ein paar Ansagen, die wir machen wollen, bevor wir hier Feierabend machen. Das hätte schief gehen können. Ich hätte gerne mal eine Rückmeldung, ob noch nennenswerte Anzahlen von Leuten draußen vorne im Foyer oder vor der Halle sind. Tina, bring die am besten gleich mit rein. Außer den Wahlhelfern natürlich, die nicht. Nein, 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 nein. Ich habe kein Wort verstanden. Okay, dann seid so gut und hört noch mal kurz zu. Ich kann euch ja jetzt nicht mehr sagen, setzt euch noch mal hin. Ein paar Sachen, die wir immer am Ende von jedem Parteitag durchsagen, ist auch heute so, dass wir das sagen werden. Erstmal vielen lieben, herzlichen Dank an den Tobias für die epische Protokollführung. Dann außerdem noch der Jan Läutert, unser kompetenter Wahlleiter. Nicht zu vergessen der Florian, der den ganzen Tag lang, heute und gestern tapfer, den Beamer für die Leinwand bedient hat. Dann die fantastische Tina Otten, die Landesvorsitzende Sachsen-Anhalt, die meine Stellvertreterin war. Nicht zu vergessen die Orga in Form von Achim und Jan, die hier die ganze Zeit jetzt durch die Halle rasen und arbeiten. Ohne deren Technik, dass hier alles nicht möglich gewesen wäre, ohne die ihr kein Internet gehabt hättet und keinen Strom und auch sonst nichts. Danke. Danke an den rasenden Reporter, der mich hier fotografiert. Glückwunsch an den neuen frisch gewählten Landesvorsitzenden, der hier vor mir rumschleicht. Du darfst jetzt noch mal hochkommen und drei warme Worte an deine Versammlung sagen. Nein, du kommst hier schön auf die Bühne, wo dich jeder sehen kann. Schade, unten hätte mir besser gepasst. Also, im Namen der Piratpartei Niedersachsen danke ich, weil hier gerade mit Sicherheit Menschen vergessen wurden. Allen Menschen, die das hier ermöglicht haben, kommt gut heim, nachdem abgebaut ist. Bringt viel Motivation mit. Wir hören voneinander. Und wenn ihr noch nicht sofort losfahrt, der Vorstand trifft sich nach Ende und nach Schluss der Halle im Mephisto auf dem Kaffee. Wir konstituieren uns und natürlich dürft ihr dabei sein, wenn ihr möchtet. Keine Sorge. So, und bei der Danksagung werde ich einen einzigen Namen nämlich schon erwähnen. Denjenigen, der sich nicht selbst gedankt hat, Mike. Das war toll. Ich war noch gar nicht fertig. Ich möchte nämlich auch den bereits abgereisten Nutella-Berliner noch mal einen Dank zukommen lassen für seine geleistete Arbeit. Nicht zu vergessen, den Stefan, der euch gestern noch mal gezeigt hat, wie die Mikrofone funktionieren. Und nicht zu vergessen auch den letzten Vorstand, der heute das hier alles vororganisiert hat und dafür gesorgt hat, dass wir heute hier sind. Die traditionelle letzte Danksagung, die ich immer loswerde, die spare ich mir noch. Ich muss mich von euch vorsorglich verabschieden. Ich war fünfmal jetzt in Niedersachsen und ich weiß nicht, ob ich noch mal wiederkomme, weil ihr heute einen ziemlich vernünftig wirkenden Landesvorstand gewählt habt und ich keine Ahnung habe, ob die genug bekloppt sind, mich noch mal einzuladen. Das macht nicht der Landesvorstand. Dann ist ja gut. Okay. Scheiße, ich werde wahrscheinlich heute Abend wieder im Hotelbett liegen und heulen, weil ich morgen früh nach Hause fahren muss, weil ich gerade im epischen Niedersachsen war. Bejubelt euch mal selber. Natürlich dürfen wir noch ein paar andere Leute nicht vergessen. Die Akkreditierung. Die Akkreditierung hat keinen Fail gemacht. Die haben nur einmal eine kleine Durchsage nicht ganz richtig gehabt. Also haben die im Grunde genommen korrekt gearbeitet und das ist auch ein Applaus wert. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Akkreditierung korrekt gearbeitet hat. Wenn in der Presse was anderes steht, schickt denen Leserbriefe und E-Mails und so weiter. Dann haben wir außerdem das Veranstaltungssekretariat, ohne dass ihr keine Stimmzettel gehabt hättet. Ja, was denn? Natürlich. Und jetzt müsst ihr nochmal extra laut sein, weil die, um die es jetzt geht, die sind im Nebenraum. Okay, dann dürft ihr nur so laut sein, dass sie euch gerade noch hören, aber die Wahlhelfer, die gerade dafür sorgen, dass ihr überhaupt eure Wahlen durchführen könnt, die fleißige Armee, die gerade im Nebenzimmer noch arbeitet, denen könnt ihr auch einen Applaus geben. Wenn du was sagen willst, komm auf die Bühne. Noch ist die Versammlung nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Formalitäten zu erledigen, wie zum Beispiel ein Wahlergebnis bekannt zu geben, die Annahme der Wahl. Und dann müssen wir noch fragen, ob jemand die Wahlergebnisse anzweifelt. Und last not least, muss ich irgendwann auch noch die Versammlung schließen. Nein. Warum nicht? Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, aufgezählt, was wir alles noch machen. Und dann last not least, nach dem, was ich zuvor aufgezählt habe, kommt irgendwann die Schließung der Versammlung. Nicht jetzt. Okay. Kein Problem, der war konzentriert auf seine Umschläge. Das ist wichtiger als das, was ich hier sage. Das passt schon. Bis dahin, würde ich sagen, haben wir Pause. Die habt ihr euch redlich verdient. Ach so, doch. Vielleicht einen Satz noch. Zum vierten Mal habe ich ein Wochenende mit Parteigedöns, Landespartei der Aufstellungsversammlung und so weiter mit euch verbracht. Und zum vierten Mal in Folge stelle ich fest, dass dieser Landesverband sehr wohl in der Lage ist, eine ordentliche, disziplinierte Versammlung durchzuführen. Und auch wenn ich zwischendurch mal die Störer ermahnen muss, finde ich das total klasse und angenehm, hier zu moderieren. Vielen Dank, gebt euch selber mal eine Runde Applaus. Das habt ihr verdient. So, und jetzt machen wir Pause, bis die Wahlauszählung fertig ist. Also jetzt wird nur noch zusammengezählt, deswegen lauft bitte nicht so furchtbar weit weg, okay? Okay. 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 Der neue Vorstand wird auf die Bühne gebeten, für ein Gruppenfoto. Alle Mitglieder des neuen Vorstandes bitte auf die Bühne. Ja genau, Klatschmarsch. Hört sofort auf, den imperialen Marsch zu summen. Ich habe zwar gesagt, kommt zur dunklen Seite der Macht, wir haben Kekse. Aber wir haben nie gesagt, dass ihr auch welche haben könnt. Ich wollte das eigentlich nicht machen, aber Stefan, nur für dich. Ich bin dein Versammlungsleiter. Ich bin dein Versammlungsleiter. Das wäre dann ich. Ich habe auch noch eine Frage. Ich bräuchte für zwei Personen eine Mitfahrgelegenheit direkt im Anschluss zum Hauptbahnhof. Für zwei Personen. Du da hinten hast gewonnen, danke. Wollt ihr noch kurz warten, bis wir wieder vollständig sind? Wir müssen noch warten, wir dürfen noch nicht lächeln. Jan, könntest du mal kurz das Pult abklemmen, damit man das ein Stück zur Seite schieben kann? Geht das? Ja, dann kriegen wir hin. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Jürgen, 84 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen. Christian, 83 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen. Die sind damit im Schiedsgericht. Jürgen und Arne mit 71 zu 14 und 75... Ey, Ruhe da drüben! Halt die Bappen! Da gibt es eine 5-Prozent-Hürde. Die Erfahrung habt ihr schon mal gemacht. Ich weiß, der war böse, aber nicht so gemeint. Jürgen, 71 zu 14, Arne, 75 zu 15. Damit seid ihr beide Ersatzrichter. Zum Kassenprüfer. Jan, 81 zu 10, Arne, 88 zu 5, Eberhardt, 61 zu 25. Arne, wo bist du, Arne? Arne, Arne, Arne? Da. Bist du... Du bist der Preisvorsitzende irgendwo, ne? Nee. Hä? Nee, warte mal. Du bist der Arne... Achso, nee, Entschuldigung, es sind zwei unterschiedliche. Gut, dann frage ich Jens, Björn, Christian, Jürgen und Arne. Nehmt ihr die Wahl an? Gott, herzlichen Glückwunsch. Jan, Arne und Eberhardt nehmt ihr an? Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler. Jan und Arne nehmt ihr an? Gut. Gut, dann seid ihr beide Kassenprüfer und ihr anderen seid Schiedsrichter und Jürgen und Arne sind Ersatzrichter. Damit ist alles erledigt. 96 abgegebene Stimmen noch. Und einmal fürs Protokoll. Ja? Ich weiß nicht, ich hab das in meinem Laptop. So, dann war's das. Oder müssen wir noch was wählen? Nö. Ich tue das immer so ungern. Der Jan muss noch was sagen. So, ich möchte mich natürlich auch beim Nutella gestern bedanken und ich möchte mich auch bei meinen zahlreichen Wahlhelfern bedanken und bei meinem neuen stellvertretenden Wahlleiter. Wo ist er denn? Da ist er ja. Der das auch ganz toll gemacht hat. Und die Wahlhelfer haben das zum Schluss wirklich in einer Geschwindigkeit gemacht. Die waren dann richtig eingespielt. Und euch im Übrigen, auch diesmal gab es keinen ungültigen Zettel. Also ihr habt in acht Wahlgängen einen ungültigen Zettel produziert. Das ist auch mal eine Leistung. Hatten wir auch noch nicht so. Was? Ob da einer mit Unteräufung weiß? Muss man das abstimmen? Den Arne haben wir doch vorhin schon, oder? Den Arne hat noch vorhin schon einen. Arne, ne da drüben doch. Beim Arne müssen wir noch eine Ämterhäufung. Der ist noch Vorsitzender, Beisitzer. Komm mal hier, ich höre dich nicht. Kreis Niedersachsen-Nordost. Da stimmen wir gerade noch nach § 4 die Ämterhäufung ab. Dafür ist, dass die zwei Ämter gehäuft werden. Hebt bitte jetzt seine Stimmkarte. Wer ist dagegen? Damit sind die Ämter gehäuft. Sind da noch irgendwelche Ämterhäufungen dabei? Meldet euch jetzt. Das ist nicht der Fall. Alles klar. Dann jetzt darfst du... Ja, genau. Jetzt darfst du. Was noch? Okay, wer ist dafür, dass ich die Versammlung jetzt schließe? Was? Ich soll noch was sagen? Ich werde gerade aufgefordert zu behaupten, es war hier schöner als im Karneval. Das kann ich nicht wissen. Im Karneval habe ich dieses Jahr nicht miterlebt, um hier sein zu können. Ich werde das am Dienstag nachholen, indem ich in meinem Heimatstadtteil Ehrenfeld, dem berühmten Ehrenfelder Fältchenszug besuche. Wer von euch in der Nähe ist, sollte sich das antun. Das ist einer der größten Karnevalszüge in Köln, das ist der zweitgrößte sogar, wenn ich mich nicht irre. Lohnt sich immer noch, auch wenn man den Rosenmontagszug verpasst. Karneval, reden wir das nächste Mal drüber, ist gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Im Gegenteil, einiges, was ihr hier macht, ist bekloppt. Ja, ich meine, erst wählt er meinen ehemaligen Fahrer zum ersten Vorsitzenden, er wollte einen Todesstern bauen und dann vergleicht er mich mit Darth Vader. Habe ich heute schon dreimal gesagt, ich rufe demnächst das Imperium Niedersachsen aus. Ist klar. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Kommt alle gut nach Hause, fahrt vorsichtig. Ich, ich soll noch mal ganz kurz, die Mitfahrgelegenheit für Jan und Tina möchte sich noch mal hier vorne melden, bitte. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viele Leute werden den nagelneu gewählten Vorstand noch begleiten, damit die sich konstituieren und ein Häppchen zusammen essen? Nicht alle auf einmal. Der entscheidende ist nämlich, ich brauche auch noch jemanden, der mich zum Bahnhof mitnimmt. Zu spät. Okay, dann gibt es irgendjemanden, der mich jetzt noch zugleich anschließend zum Bahnhof mitnehmen kann? Ist klar, Freunde. Danke. Okay. Jetzt auf einmal, alle auf einmal. Ist klar. Musst du sonst auch am Bahnhof vorbei? Nicht? Musst du sonst am Bahnhof vorbei? Dann ist für ihn der kleinere Umweg kein Problem, aber danke für deine Bereitschaft. Ich habe jetzt alles getan, um diesen Moment so lange wie möglich rausgezögert, aber geht nicht mehr. Ich muss das jetzt tun. Kommt alle gut nach Hause. Ich schließe hiermit diese Versammlung. Dankeschön.